Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Trek am Dienstag, dem deutschen Star Trek Podcast, der in die Vergangenheit blickt und auch in die Zukunft. Das ist ja das Schöne. Wir blicken gleichzeitig in die Vergangenheit einer wichtigen Serie, aber auch in die Zukunft, weil es geht natürlich um Science Fiction und das, was wir besprechen, findet in der Zukunft statt. Es ist die 377. Folge dieses wunderbaren Podcasts und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich dazu. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich, dass ich das nicht alleine hier machen muss. Das wäre ja auch was. Nein, ich bekomme tatkräftige Unterstützung von meinem geliebten, bewunderten, fantastischen, brillanten, kauzigen Co-Piloten Sebastian. Hallo Sebastian, schön, dass du auch da bist. Wie du mich anmoderiert hast, habe ich gedacht, du sagst jetzt Günther Jauch. Schönen guten Tag. Tatkräftig hast du mich genannt. Tatkräftig, ja. Ja. Hast du richtig gehört. Habe ich genau mir so überlegt, dich so zu nennen. Tatkräftig, ja, das kann man ja so machen. Ja, ne, da sitzen wir hier wieder an diesem Donnerstagabend, kurz vor Ende Juno, können wir mal verraten. Und Simon, ich weiß ja, wie es gerade um dich so steht. Ich frage trotzdem, wie ist die Lage? Die Lage ist nicht so besonders, mein lieber Sebastian. Ich habe von, sehr überraschend und sehr kürzlich von einem Todesfall erfahren, ein ganz, ganz lieber Ex-Kollege, der Rüdiger Steidle, der unter anderem bei der GameStar war, bei der PC Games, bei der SFT, später dann in den PR-Bereich gegangen ist. Die Älteren von euch, werden sich vielleicht noch erinnern an ihn, ist ganz, ganz plötzlich verstorben im sehr jungen Alter von 48 Jahren. Und das hat mich ganz schön, ja, umgehauen. Nicht so besonders ist die ganz, ganz ehrliche Antwort, wie es mir gerade geht. Ja, das kann man nur verstehen. Ja, also umso mehr freue ich mich, Simon, dass du trotzdem heute dir ein bisschen gute Laune mit Nelix vielleicht abholen möchtest. Das wollen wir mal so ein bisschen versuchen hier zu schaffen. Ja, den Rüdiger Steidle, den kannte ich persönlich nicht, aber ich habe den im Internet immer mal wieder gesehen, wenn es um Computerspiele ging. Ich fand den immer dufte, ja. Ja, dufte, dufte beschreibt ihn ganz gut. Ich möchte jetzt hier keinen großen Nachruf machen und so weiter. Es gibt einen sehr, sehr guten Nachruf, der ihn wunderbar kapselt, auf GameStar.de. Tatsächlich von meinem, ja, ehemaligen Chef von Martin Deppe, der war damals Chefredakteur bei der PC Powerplay. Das ist ja das Spielemagazin, bei dem ich damals angefangen habe, meine Brötchen zu verdienen als Redakteur und Autor. Der hat dann wunderbaren Nachruf geschrieben. Ich möchte nur so viel sagen, dass Rüdiger einer der Leute war, als ich damals angefangen habe. Der hat mich unter seine Fittiche genommen. Der hat mir wahnsinnig viel beigebracht. Das ist ein brillanter Redakteur gewesen, der mit unheimlicher Leidenschaft einfach seinem Beruf nachgegangen ist. Also der ist, dem war keine Stunde zu wenig, kein Wochenende zu frei oder so, dass er nicht immer 140 Prozent gegeben hat, weil ihm wirklich was zum einen an dem Thema natürlich lag. Zum anderen hatte er auch eine, er hatte eine wahnsinnige Liebe zur deutschen Sprache auch und damit umzugehen, ja. Und er hat wirklich wahnsinnig witzig auch geschrieben. Und er war ein sehr gelassener Mensch. Nicht immer, er ist auch manchmal ausgerastet. Aber er war ein sehr gelassener, selbst in den größten Stresssituationen, die wir damals hatten in diesem Team. Das war ja völlig verrückt, als wir damals angefangen haben. War immer so der Ruhepol und hat immer gute Laune gehabt. Und dann kam noch dazu, dass er auch abseits der Arbeit, also abseits seines Berufslebens, einfach einer der coolsten Menschen ist, die ich so kennenlernen durfte in meinem Leben. Ein unheimlich freigiebiger, netter, aufmerksamer Typ. Mit dem konntest du alles machen, konntest du mit dem über alles reden. Und ich habe in den letzten Jahren natürlich, das ist ja immer so, Sebastian, das kennen wir beide ja auch ganz gut. Man ist dann irgendwie in anderen Richtungen unterwegs oder die Arbeitssituation ändert sich und dann verliert man so ein bisschen Kontakt. Und ich habe jetzt auch schon in den letzten Jahren sehr, sehr wenig Kontakt zu ihm gehabt. Aber damals halt war es sehr intensiv. Und ja, das ist halt einfach sehr, sehr traurig, weil es auch so jung ist. Also ja, das ist jetzt so die Situation. Aber der Nebeneffekt ist, ich habe mit vielen Leuten gesprochen aus der damaligen Zeit, jetzt mit denen ich auch schon lange nicht mehr gesprochen habe. Und das ist immer, ich denke mir dann immer so, ja, es braucht wohl offensichtlich diese Nachrichten. Ja, also es braucht offensichtlich immer diese schlechten Nachrichten, dass man dann mal kurz innehält und denkt, was eigentlich wichtig ist. Weil das Leben kann halt einfach sehr schnell vorbei sein. Ja, also, Rüdi, danke für alles. Ich kannte ihn zwar nicht, ich mache aber mir jetzt auf ihn ein Bier offen, wie man hier so schön sagt. Denn danke für deine Worte, Simon. Sehr gerne. Ich glaube, das ist jetzt einfach mal angemessen an diesen Punkten. Ja, total. Aber dann, Ablenkung ist ja auch eine gute Sache. Lass uns zu unserem Tagewerk übergehen jetzt, ja, und ein bisschen über Star Trek sprechen, oder? Was denkst du? Ich kann dich aber natürlich auch, ich muss dich auch erst mal fragen, wie geht es dir denn eigentlich? Also, was läuft denn bei dir so? Ich hoffe, nicht so schlechte Nachrichten. Och, mir geht es gut. Mir geht es gut. Das ist einfach so eine irre heiße Woche, wo es draußen heiß ist und drinnen heißt und im Kopf ist es auch heiß. Weil ich hatte gerade die Rückspultaste 100 zu schneiden und wie es die Sendereihenfolge uns nun mal leider vorgibt, was heißt leider oder auch glücklicherweise vorgibt, ist auch Way of the Warrior parallel dazu an der Reihe. Die ist ja auch super, es heißt. Und dann hat mir noch einer meiner Redakteure eine Deadline reingedrückt, wo ich dachte, mein lieber Kokoschinski, und ich sehe langsam nicht nur Land in Sicht, sondern auch ein bisschen Freizeit und Wochenende in Sicht. Und ja, da freue ich mich sehr drauf. Aber ich bin gerade ein bisschen so getrieben. Es war heute schon ein sehr langer Tag. Wir haben 19 Uhr abends und ich bin eigentlich seit 5 Uhr heute Morgen, ja, am Rechnerzugang für Dinge. Seit 5 Uhr, meine Güte, Sebastian. Da habe ich mich nochmal umgedreht. Es war auch nicht mehr lange. Ich bin so kurz nach sechsmal aufgestanden, aber 5 Uhr ist ja nochmal eine andere Nummer. Das war auch so eine Bettfluchtnummer. Das hat man ja, wenn es auch so heiß ist wie jetzt, dann denkt man, boah, ne, boah, äh. Das kommt auch noch dazu. So ist es. Ja, ne, so ist das. Ja, freut mich, dass da jetzt mal ein bisschen, das ist ja auch ein paar richtig dicke Dinger jetzt, meine Güte, die Rückspultaste 100. Wenn ihr das jetzt hört, habe ich sie noch nicht gehört, denn sie erscheint erst offiziell morgen. Aber für euch ist das Ding schon längst gegessen und draußen und so weiter. Ich freue mich sehr drauf, das zu hören. Da werden einige Stunden mal draufgehen. Ja, und Way of the Warrior war auch so ein dickes, dickes Ding. Und ja, so war es ja schön, dass du da, also danke, dass du es wieder so toll geschnitten hast alles. Ja, aber warum werden die beiden längsten Dinger bei beiden Podcasts in einer Woche fertig? Die beiden längsten Dinger des Jahres. Das ist doch auch irgendwie. Plus noch irrwitzige Deadlines. Ja, ja, plus auch das noch, genau. Also hiernach fühlt sich, der Schnitt von der unserer heutigen Folge fühlt sich an wie Urlaub wahrscheinlich. Ja, mal gucken. Ja, gucken wir mal. Aber bevor wir reingehen, Simon, ich habe Retro-Track-News im Gepäck. Oh ja, ich weiß nicht, was kommt. Ich bin sehr gespannt. Dann sag doch mal. Du bist doch ein Fan von Nick Meyer. Ja, ein großer Fan, ja, ja. Fantastisch. Regisseur unter anderem von Star Trek 2 und Star Trek 6 und hat auch ordentlich hinter den Kulissen bei 4 mitgemischt und war, glaube ich, am Anfang bei Discovery dabei. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Der ist einfach, der gehört zum Star Trek-Universum dazu, der Herr Meyer. Ja, und eine seiner großen Faszinosen ist ja, wie du sicherlich auch weißt, wer? Sherlock Holmes. Ja, der britische Meisterdetektiv Sherlock Holmes. Und es gibt den Film The 7% Solution, zu dem er das Drehbuch geschrieben hat, basierend auch auf seinem eigenen Roman. Regie hat er nicht geführt, weil das war noch bevor er seinen ersten Film Regie geführt hat. The 7% Solution, auf Deutsch den sensationellen Titel Kein Koks für Sherlock Holmes. Ja, ich hörte davon. Sherlock Holmes muss auf Entzug und das macht er bei Sigmund Freud und dabei löst er einen Fall. Nicole Williamson spielt den Holmes. Und hier halte ich mal fest, Simon. Robert Duvall spielt Watson. Alan Arkin ist Sigmund Freud. Herrje. Lawrence Olivier ist Professor Moriarty. Was für ein Cast, Mann. Das ist ja unglaublich. Und dann gibt es auch noch ein Dreigestirn für Freunde der Next Generation Episode Familienbegegnung, Family. Denn Georgia Brown, Worfs Mutter, spielt Frau Freud. Samantha Egger, das ist die Schwägerin von Picard in der Episode, ist Mrs. Watson. Und Jeremy Kemp, das ist der Bruder vom Genre, mit dem er sich haut im Weinberg. Robert. Der spielt den schurkischen Baron Karl von Leinsdorf. Und Simon, dieser Film erscheint die Tage erstmalig in Deutschland auf Blu-Ray. Und das ist ein ganz, ganz toller Film. Von vorne bis hinten ist der einfach nur toll. Bietet viele Retro-Trek-Leute vor der Kamera und schmeckt nach Nick Meyer. Und ich kann den einfach nur, das ist keine bezahlte Werbung oder irgendwas. Das ist einfach nur eine Empfehlung von mir. Das Ding gab es lange nicht, irgendwo hierzulande gut zu haben. Und jetzt gibt es das bald mal. Kein Koks für Sherlock Holmes. Fantastisch. Kommt in den Warenkorb. Definitiv. Das klingt großartig. Also bei dem Chaos kann eigentlich nicht viel schief gehen. Ja, danke für diese Retro-Trek-News. Das ist eine tolle Empfehlung auch für mich. Jetzt aber zur sechsten Episode der zweiten Voyager-Staffel. Die knöpfen wir uns heute vor. Sie erschienen am 2. Oktober 1995 am selben Tag wie The Way of the Warrior. Ich habe neulich gesagt The Way of a Warrior, glaube ich, in unserem Interview mit Gisela. Es ist natürlich The Way of the Warrior. Ja, und sie heißt, ich habe heute gar nicht, wie ich es gesagt habe, aber sie heißt Twisted. Nicht Twister. Twister, genau. Twisted, so. Twisted. Die Raumverzerrung erschien auf Home-Video hierzulande am 6. Juni 1996, gute vier Monate später. Am 18. Oktober lief es auf Sat.1. Die Idee stammt vom Autoren-Duo Arnold, Rodnick und Rich Hosek. Ihre einzige Star-Trek-Arbeit. Ende der 90er arbeiteten sie bei einem heute weitestgehend vergessenen TV-Revival der Addams Family. Und das dürft ihr jetzt nicht verwechseln mit den Kinofilmen. Davon war es ein, ja, Spin-Off vom Spin-Off. Und Sebastian habe ich nie gesehen. Ich auch nicht. Ich habe das nur mal so jetzt nachgeschlagen und habe gesehen, also, guck mal, haben die doch noch mal was gemacht. Aber eben halt nur so, nur, in Anführungszeichen, so was. Ja gut, aber von diesen Kinofilmen mit Christopher Lloyd und Co. gab es dann so einen TV-Movie-Spin-Off, wo die auch gar nicht mehr alle mitspielten, außer Carl Streuken. Ja, kann gut sein. Ja, und von dem TV-Movie gab es dann noch mal ein in Kanada geredetes Spin-Off. Und das war das, wo die beiden mitgemacht haben. Und da hat noch nicht mal mehr der Carl Streuken gesagt, dass es Evens it callen können. Der hat in Evens gecallt. Ja, der hat in Evens gecallt, ja. Und hat da nicht mehr mitgemacht. Also so ein ganz Drehbuch gelesen und danach hat er gesagt, I guess we can call it even. Ja, das hat er gesagt. Apropos Drehbuch. Drehbuch stammt diese Woche aus der Schreibmaschine des neuen Spezies vom Dienst, Ken Biller. Ich habe das Gefühl, wir sagen nur noch, das hat Ken Biller geschrieben, oder? Ken Biller, der hat alles gemacht, nur noch, weißt du? War einfach eingesperrt und hat einfach alles gemacht, ja. Ja, der kommt mir gerade so ein bisschen vor wie der Gene Kuhn von Voyager, Simon. Gene Kuhn, genau. Sebastian, es ist unglaublich, aber wahr, es handelt sich heute um ein Finale. Es handelt sich heute um ein Finale, denn heute kommt endlich die letzte liegen gebliebene Staffel 1 Episode. Ihr kennt das, wir haben das in den letzten Folgen ausführlich erklärt. Das ist da, ne, so ein paar Staffeln, äh, paar Staffeln, ja genau, ein paar Staffeln sind liegen geblieben und kamen dann in späteren Folgen. Nein, ein paar Folgen sind liegen geblieben aus der ersten Staffel, wurden in der zweiten Staffel versendet, aber nicht am Anfang, sondern verteilt. Und das ist heute die letzte. Ja, boah, Mensch, können wir ab nächstem Mal so richtig in Staffel 2 durchstarten. Um euch mal jetzt das Puzzle zusammenzusetzen, die eigentlich intendierte und auch dem, sowohl dem Simon als auch mir von dem britischen VHS vertraute Reihenfolge, auch von dem deutschen VHS, auch auf Sat.1 übrigens so gesendet worden, war Learning Curve, Projections, Illusion, die heutige Folge Twisted und dann The 37th. Das, jetzt sag ich das auch schon, The 37th. The 37th. Ja. Dann war Staffelpause gedacht gewesen und es wäre losgegangen mit Initiations und Non-Secretar der Harald-Folge, die wir vor zwei Wochen besprochen haben. Und ja, jetzt kommt eigentlich das, was vor The 37th kommt, was vor The 37th kommt, das wir schon total lange her besprochen haben. Und das ist interessant, weil in der Folge gibt es so ein paar Momente, wo du denkst, ja klar, das gehört noch in Staffel 1, also insbesondere Belana, was die so teilweise sagt, aber da komme ich dann noch drauf. So, jetzt ist die Frage, warum ausgerechnet Twisted besonders lang zurückgehalten wurde und dafür gab es möglicherweise gute Gründe. Blicken wir mal in die Trackworld, 39 Trackworld, das damalige Fan-Zene des deutschen Star-Trek-Fan-Clubs, wir haben oft schon drüber gesprochen und diese Ausgabe erschien am 16. Oktober 1995 und Sebastian, was stand da drin über Twisted? Ich zitiere wortwörtlich, hartnäckig halten sich die Gerüchte, die behaupten, Twisted würde nicht gesendet werden, weil die Folge so schlecht sei. Robert Duncan McNeil und Robert Piccardo sollen dies wohl auf zwei verschiedenen Cons von sich gegeben haben. Piccardo soll sogar gesagt haben, der Regisseur hätte gar nicht gewusst, was er da macht. Was steht weiterhin in der Trackworld 39, Simon? Ja, Janet Nemechek, Assistentin des Script-Koordinators von Voyager und Ehefrau von Larry Nemechek, den hatten wir sogar schon mal im Podcast, erklärte hierzu auf der sogenannte Con in Bochum. Was es alles gab? Sogenannte Con, ja es hieß so, die sogenannte Con, dass die Folge abgedreht und fertig bearbeitet worden sei. Sie könne sich nicht vorstellen, dass jemand viel Geld ausgibt und dann die Folge nicht zeigt. Ich persönlich, also nicht ich persönlich, sondern das ist ein Zitat hier, ich persönlich vermute mal, dass unsere beiden Roberts mit ihren Con-Beiträgen nur den Regisseur ärgern wollen. Die Folge wird wohl kommen. Und was sie da sagt, die Janet, das hätte ich auch gesagt. Also, ja dann ist sie halt schlecht, scheiße, aber wir werden natürlich diese Folge senden, da sind ein paar hunderttausende reingeflossen. Wie nachtragend aber kann man sein, Simon, dass man die Person im Regiestuhl in die Pfanne haut. Denn es war nicht ein Mann, wie das jetzt hier der Trackworld-Artikel nahelegt, sondern es war Kim Friedman. Das war eine Frau, die hatte schon in Staffel 1 drei weitere Voyager-Episoden inszeniert und das hier war dann ihre vierte und auch die letzte, die sie für Voyager gemacht hat. Sie wird dann nochmal bei Deep Space Nine in Staffel 5 drei Folgen machen, aber so ein bisschen habe ich hier das Gefühl, Simon, dass gerade so ein Robert Picardo vorgeprescht ist. Und das ist verbrieft, dass der auf Conventions solche Sachen gesagt hat und hier die Regisseurin schlecht gemacht hat und womöglich auch dafür gesorgt hat, dass sie nicht mehr beschäftigt wurde bei Voyager. Und das finde ich schon echt, ist ein dicker Hund. Sieht von außen aus wie schlecht der Stil, also wir waren ja nicht dabei, wir wissen nicht genau, was passiert ist. Aber Friedman da jetzt als, ja, Scapegoat hinzustellen, als Buh-Frau-Mann, Buh-Frau in diesem Fall, genau. Buh-Bube war jetzt in meinem Kopf, ist auch ein interessanter Hüpfer, als Buh-Bube. Das ist, das hört sich schon sehr komisch an, ne? Und ja, so bitter auch, ne? Tatsächlich berichtete auch das amerikanische Genre-Magazin Cinefantastique, wie sich Robert Picardo geäußert haben soll. Andere Gerüchte aus diversen Quellen, warum die Episode 1995 berühmt-berüchtigt war, das Drehbuch von Brennan Braga war vollkommen unverständlich, aber Brennan Braga war in der Episode doch gar nicht beteiligt. Deswegen ist das auch so Gerüchtequatsch, aber ja, wurde trotzdem geschrieben. Außerdem wurde geschrieben, Chef Michael Piller musste alles in einer Hauruck-Aktion neu schreiben. Regisseurin Kim Friedman verstand die Story nicht. Großteile der Episode mussten umgeschrieben und ein zweites Mal gedreht werden. Aber, Simon, aber. Ja, aber. Die wahrscheinlich richtige Erklärung, wir packen sie nachher aus. Lass uns doch einfach erstmal über die Episode sprechen, ein bisschen, was da passiert, ne? Ja. Und ich bin ja, also wenn hier steht, Regisseurin Kim Friedman verstand die Story nicht. Das ist, also ich weiß auch nicht, ob ich sie so verstanden habe, hundertprozentig. Aber kannst du mir vielleicht helfen? Vielleicht kannst du mir das alles erklären. Ich finde es auf jeden Fall super, Simon, dass wir heute wirklich so eine berüchtigte Folge besprechen können. Ich erinnere mich auch noch daran, was das für ein Thema war auf dem Schulhof. Es gibt da eine Folge, die soll so schlecht sein, dass sie die nicht zeigen wollen. Das haben wir natürlich berühmter in der Trackworld gelesen und uns in die Tasche erzählt, als wir in der, ja, mittlerweile elften Klasse waren. Und da war ja, oh, was ist das denn für eine Folge? Was ist das denn für eine Folge? Das hat uns sehr beschäftigt. Kannst du dich da auch noch dran erinnern oder was? Nee. Ding mit Höfer um mir. Das war, glaube ich, ein Ding zwischen Höfer und dir. Ja. Da kann ich mich nicht dran erinnern, dass wir darüber gesprochen hatten. Elfte Klasse war auch so dieses Ding, wo Mucke dann ganz wichtig war und so. Ihr kennt die Geschichte, ich habe sie hunderttausend Mal erzählt auf den Böden dieser Welt. Also von daher, nee, kann ich mich nicht dran erinnern an Twisted. Und das Lustige ist, ich konnte mich an Twisted auch überhaupt nicht erinnern. Also ich habe die Folge mit Sicherheit schon mehrfach gesehen, weil ich habe auch schon mehrfach die ersten Staffeln von Voyager gesehen. Aber als ich die Folge heute geguckt habe, das ist, achso, okay, kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, geil. Du warst also so ahnungslos wie Cass, die über den Gang der Voyager schreitet, ins Holodeck reingeht. Da ist es dunkel und still und denkt halt, hallo, hallo. Und es ist natürlich diese Billardpinte des Tom Paris wieder eingeschaltet, das Standardprogramm Sand Dreams. Hallo, ist da einer? Und dann macht's Happy Birthday! Das Licht geht an und die Akkordeon spielt und alle stehen, nicht alle, ein paar sind auch nicht da, aber viele stehen da und beglückwünschen Cass zu ihrem zweiten Geburtstag. Wir erinnern uns, Ocampa, ja, die werden nicht so besonders alt und Cass hat ihr zweiten. Jetzt feiert das. Aber ihr war halt dieses Konzept der Überraschungsparty nicht bekannt. Sebastian, hat schon mal jemand für dich eine Überraschungsparty gemacht? Ich glaube, das haben wir schon mal besprochen, als es irgendeine Überraschungsparty bei Star Trek gab. Ja, habe ich vergessen, aber wie das bei dir war. Und die Antwort ist, nö, hat noch keiner gemacht. Ich wüsste auch nicht, wie. Also das würde mich sehr belasten, wenn jemand in meiner Wohnung steht. Ja, ich könnte dich ja einladen nach Nürnberg und so. An deinem Geburtstag lade ich dich an Nürnberg ein. Und dann kommst du rein und es halt mal das Licht aus. Und dann mach ich das Licht an und dann stehe ich da. Natürlich nur ich allein und sage, Happy Birthday! Und dann habe ich so einen Kuchen für dich gebacken. Nackt. So Dinger, nackt natürlich. Ja, selbstverständlich. Ich komme aus so einer Riesentorte raus. Das würde passen. Das ist eine Überraschung, sage ich dann aber. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Mit so Bolesk-Accessoires. Das wäre doch jetzt nicht nötig gewesen. Das wäre doch jetzt wirklich nicht nötig gewesen, Simon. Hast du dich da in der Dusche mal? Nee, ich glaube nicht. Aber jetzt muss ich in der alten Folge nachgucken, ob ich mich da jetzt falsch erinnere oder so. Aber nee, sondern geil, wenn du dir jetzt widersprichst. Ja genau, aber in der Überraschungsparty habe ich noch nicht gehabt, nee. Ja. Nee, also ich habe schon eine Party gehabt, die für mich veranstaltet wurde. Aber da wusste ich, dass ich die war und bin auch dann da hingegangen, ja. Dann ist es ja auch keine Überraschungsparty. Aber ich finde es auch gut, wenn du widersprichst, dann finden auch Leute mal wieder Fehler. Wir finden ja auch viele Fehler immer jede Woche. Genau, also dann such das mal und findet das raus und schaut mal, was ich da erzählt habe. Jedenfalls, Cass kennt das nicht, aber sie findet das ganz lustig. Sie sagt auch, das ist ja total aufregend. Es gibt Geburtstagspunsch, es gibt Geburtstagskuchen, da kommt der Nelix gleich mit an. Lustig ist auch, dass der Doktor mit dabei ist. Das kann er ja, weil es ein Holodeck ist, kann er sich aus der Krankenstation transferieren. Und er macht da den französischen Metrede, also den Barkeeper so. Ja, der hat dem Cosimo von letzter Woche das Barrett geklaut, hat sich aber noch so einen komischen Poncho umgezogen. Das ist nicht der Weltkarten-Poncho übrigens, das ist ein anderer Poncho. Steht da hinter der Bar und ja, sieht ulkig aus. Und der große Gag ist so ein bisschen, da geht die Folge auch ziemlich schnell, aus so einer Art Kinderhumor, möchte ich es fast nennen, dass die Sandrine so ein bisschen wie die Miss Piggy hinter dem Kermit her ist, ist sie hinter dem Doktor her und ist immer so, oh, Kermit, 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 Kermit. Macht sie die ganze Zeit, ist immer die ganze Zeit, oh, mein Schiri und so. Und da habe ich das schon gesehen, habe ich gedacht, das ist ja lustig vielleicht. Meine Zeit ist das so lustig. Aber was ich schön finde an der ganzen Sache, also erstmal finde ich, er sieht auch heute ein bisschen was Vincent van Gogh-haftes, der Doktor. Aber was ich schön finde, ist, dass er da ist. Ja. Er hat ja mit Kess eine Beziehung und dass er auch bewusst da ist, ja, und das auch gerne zu machen scheint. Und hier wird ja auch nochmal ganz klar der Unterschied zwischen dem Dok, also als Hologramm, und den anderen Charakteren, die einfach nur dastehen und ihr Programm abspielen und ansonsten überhaupt gar nicht wissen, was da Sache ist. Die verhalten sich halt so, wie sie programmiert sind. Aber er, hast du das Gefühl, ich will dabei sein. Klar, ich bin dabei. Mach ich gerne und sowas, ne? Und Kess findet das natürlich super. Aber Sebastian, wenn unten gefeiert wird, muss ja auch irgendwer sich um das Schiff kümmern, muss ja gearbeitet werden, können ja nicht immer alle da unten sein. Und deswegen schalten wir jetzt auf die Brücke und sehen den Harald und den Großvater. Für die ist nicht Feierrei, für die ist Schicht noch angesagt. Ja, und dann sagt der Harald auch, Excel-Schied habe ich übrigens fertig. Ja, ist gut, sagt Tobok. Ja, Schreibtisch habe ich auch schon aufgeräumt, ne? Ja, gut. Ja, ich habe auch schon die Ablage gemacht für nächste Woche. Ja, hast aber trotzdem noch eine Viertelstunde hier bis Schichtende. Also Harald will feiern gehen, ne? 37, ja. Oder 37, genau. Aber Tobok merkt das, dann kriegt das dann auch irgendwann mit. Vielleicht zieht ihn einfach nur auf. Aber es muss ja alles korrekt sein, by the book. Und deswegen überlegt sich jetzt der Tuvok für den Harry eine, ja, wie er das umgehen kann und sagt, oh, ich glaube, auf dem Holodeck müssen irgendwie die Energieleitungen inspiziert werden. Da kannst du doch mal hingehen und das machen. Und der Harry ist, danke, Sir, der ist total glücklich, der freut sich jetzt, dass er mit dabei sein kann. Marschiert los, aber dann macht's duet, duet, duet. Und da ist auf dem Bildschirm so eine kreisförmige, unförmige Wolke mit einer Farbe, die ich nicht erkennen kann. Grau, grün wahrscheinlich, irgendwie sowas. Geht ins Grüne. Geht ins Grüne. Also ich finde, das geht so ins Grüne. Okay. So dunkelgrün, ein bisschen braun ist auch drin und sowas, genau. Ja. Ja, und dann sagt der Tuvok, nee, das muss hierbleiben. Ja, aber versteht er auch, der Harry, ne? Sicher. Das ist jetzt, das muss man sich erstmal angucken. Dann schalten wir wieder zurück aufs Holodeck. Da bringt er nie links gerade diesen Kuchen, von dem ich schon gesprochen habe, mit den zwei Kerzen drauf. So ein riesen Ding, sieht super aus, das Teil. Ja, schön so glasiert. Hat wahrscheinlich so ein Konditormeister hat das Ding gemacht, ja. Kennst du das? Da gibt's so Serien bei Netflix und so weiter, so Backen. Da geht's um Backen. Und dann machen die immer, dann sieht der Kuchen immer total geil aus. Der sieht dann aus wie, weiß ich, ein Fahrrad oder sowas, ja. Und du kannst überhaupt keinen Unterschied erkennen. Und dann schneiden die den immer auf. Und innen ist das immer dasselbe. Das ist so dieser Standard-Kuchen mit irgendeiner Creme drauf. Aber ich finde doch, auch das Innere eines Kuchens ist wichtig. Ja, ja, das ist dann immer so ein 18. Geburtstagsführerschein-Ding. Das muss eine geckige Form haben, ne? Richtig. Aber natürlich, ich wäre viel glücklicher, wenn du mir, glaube ich, so eine Nusstorte mit Marzipan da hinstellst. So, so ist es. Genau so ist es. Der muss auch nicht so toll aussehen, der muss geil schmecken. Darauf kommt's so ein. So sieht's nämlich aus. Ja, der hier sieht übrigens aus wie alle Star Trek-Kuchen. Ich glaube, das haben wir auch schon mal in Next Generation gesehen. Auf jeden Fall werden wir es noch mehrere Male in Voyager sehen. Der sieht aus wie so eine blau glasierte Bombe. Und das siehst du und du denkst, das kann ja nur scheiße schmecken, so künstlich wie das aussieht. Aber die Schauspielerinnen und Schauspieler haben schon mal darüber gesprochen und die haben gesagt, nee, das ist zwar diese Science-Fiction-Glasur, aber man hat sich immer Mühe gegeben, dass das so ein super geiler Schokokuchen darunter ist, damit es wirklich in der Drehpause hinterher, auch wenn die Szenen dann abgedreht waren mit dem Ding, damit es einen richtig geilen Kuchen zu mampfen gab. Also da gab's nix, da haben sie sich nicht lumpen lassen, haben sie gesagt. Der wird auch nicht so schnell schlecht, ja, wie irgendwelche Tintenfisch-Dinger, die sie dann hinstellen, ne, damit das irgendwie nach Alien aussieht und so. Ja, ja, ja. Finde ich gut, ne, da sind die zwei Kerzen drauf und Cass darf die jetzt natürlich auch auspusten und sich was dabei wünschen. Hier ist dann auch noch so dieses Ding von wegen, darfst du uns aber nicht sagen, was du dir wünschst, dass die Belaner da ist, musst du auch geheim bleiben. Ja, wie. Ja, wie, und so, sie versteht das halt einfach nicht, diesen ganzen Zenober, sie macht da aber freundlich mit. Und der Paris steht dann, dann kommt auch dieser Billiardspieler, den wir schon zigmal gesehen haben. Und dann packt der Paris ein Geschenk aus für die Cass. Zwei Sachen, Simon, bevor wir zu dem Geschenk kommen, ich musste sehr über Sandrine lachen. Die sagt, doch, die soll sich was wünschen, aber mit einer Figur wie sie, Püppchen, kriegt sie doch alles, was sie sich wünscht, ja. Und dann fand ich schon irgendwie lustig. Naja, ja, ja. Die weiß ja schon, wie der Hase läuft. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Simon, ich blute. Ich muss mal eben gerade was tun. Ich komm gleich wieder. Was für eine Woche ist denn das? Hier ist Gewitter, hier geht die Welt unter draußen. Ich weiß auch nicht. Simon, kennst du das? Wenn man blutet. Ja, blöde Frage. Kennst du das, wenn man blutet? Das kenn ich, ja, ja. Das ist mir auch schon mal passiert. Ja, doof Frage. Ja, passiert. Ja, naja. Ich bin wieder zurück. Die Blutung ist gestoppt. Ja. Paris. Das Geschenk von Paris. Das Geschenk von Paris. Und Paris schenkt der Cass so einen Anhänger, ja. So einen güldenen Anhänger. Schmuck. Einfach. Und es wird dann ausgepackt. Und Cass sagt, oh, das ist aber weh. Da hast du bestimmt zwei Wochen Rationen. Nee, eine Wochen Ration. Jetzt hab ich den Gag kaputt gemacht. Eine Wochen Ration. Replikator-Credits hast du aufgebraucht dafür. Und Paris natürlich, weißt du. Ha, nee. Baby. Das waren, nee, sagt er nicht, aber es waren zwei. Zwei Wochen. Und Neelix sieht das und guckt schon so da hinten. Und ist überhaupt nicht glücklich darüber. Bevor wir zu Neelixs Reaktion kommen, Simon, wie findest du das Geschenk von Tom? Also das Geschenk oder warum er es ihr schenkt? Ja, beides so. Oder dass er es ihr schenkt? So generell, wie findest du diese Gesamtsituation von Tom? Der, um deine Beantwortung meiner Frage nochmal ganz kurz vorwegzugreifen, der, glaube ich, auch genau weiß, wie Neelix so ist. Danke, dass du diese Frage stellst, denn ich habe mir das hier auch natürlich notiert, wie ich das finde. Also erst mal, das Geschenk ist nett an und für sich. Also das ist, wenn man auch sowas mag. Aber ich stelle mir dann irgendwie so vor, wenn da so eine Type kommt, so Kollege oder was. Und da ist dann meine Frau und der kommt dann an und schenkt ihr so eine goldene Halskette. Ja. Oder, weißt du, auch noch so was richtig Wertvolles irgendwie. Oder ein Ring. Das wäre eigentlich noch lustiger. So ein Ring oder so. Sebastian, ich hätte Fragen. Also das hat ja nichts mit, in diesem Sinne, mit Eifersucht zu tun, worauf es ja hier dann hinausläuft. Sondern ich würde mir denken, also ich würde, sag mal, was möchtest du denn eigentlich von meiner Frau, wenn du ihr Schmuck schenkst? Weil das ist ja eigentlich, das macht man ja eigentlich in einem anderen Kontext. Ja. Und ich finde Toms Aktion einfach nur scheiße. Ja. Weil er, wie du richtig sagst, ja schon weiß, wie Nelix da drauf reagiert. Und Nelix steht daneben wie so ein begossener Pudel. Also unmöglich finde ich das. Das ist, also, die ganze Episode wird so gespielt, dass Nelix völlig schrecklich ist. Und Nelix ist ja auch oft genug völlig schrecklich, was das hier angeht. Ja. Aber der Tom ist ja genauso scheiße hier. Wie scheiße ist das denn? Und die Antwort ist, es ist mega scheiße, was Tom hier macht. Ja, Tom kommt hier wie so einer rüber, der, wenn du ihn noch drauf ansprichst, hör mal, du weißt schon, dass die Käse mit dem Nelix zusammen ist, der kann ihn denn nicht. Ach so, ja, genau, ja. So, weißt du, so einer ist das. Aber das in dieser Offensichtigkeit zu machen, das ist schon mal auch so Next Level. Also ich finde die Aktion, also ich kann auch, da könnte ich Nelix auch verstehen, wenn er das einfach nicht gut findet. Und Nelix hat sich ja sogar noch vergleichsweise unter Kontrolle, denn da geht es zum Fred hin. Also erst mal, nee, bevor der Fred kommt, Simon, ist es Janeway auch noch Mühlen auf die Wasser, andersrum, Wasser auf die Mühlen des Tom Perrys, in dem sie sagt, ist ja wunderschön, guck mal, da machst du so ein Foto, hast ja ein tolles Geschenk, Tom und so. Die unterstützt den auch noch so. Die Janeway ist so eine richtige Schwerennöter-Enablerin hier in dieser Szene. Ja, also keiner da denkt gerade an den armen Nelix, das ist richtig so. Dass Kess das nicht tut, ja, vielleicht denkt Kess gar nicht so weit, sie ist da ja in der Hinsicht herrlich naiv auch. Einfach eine seltsame Situation für unseren kleinen Talaxianer. Der marschiert zu Chakotay, wie du gerade schon gesagt hast, ja, der steht nämlich auch da und beobachtet die ganze Situation. Und dann sagt er so, Chakotay, wie finde ich, wie soll ich denn das finden? Was denn, was denn? Und dann sagt Nelix, der, 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 der kann doch nicht mal vor Wut, kann doch nicht mal der sagen, richtig. Das ist doch wunderschön eingepackt, oder? Und er fängt sich ja sogar noch und das finde ich erstaunlich und bewundernswert, dass er da nicht explodiert, Nelix. Also, Team Nelix gerade mal. Und hier hätte er vielleicht sogar einen Grund gehabt dafür, bei den anderen Sachen war es ja wirklich völlig übertrieben. Ja. Bevor das weiter eskalieren kann oder deeskalieren kann, meldet sich der Chakotay von der Brücke, der sagt. Ne, der andere Chakotay meldet sich von der Brücke. Meldet sich der andere Chakotay, auch Tuvok genannt, der sogenannte Tuvok meldet sich Der sogenannte Chakotay. Der sogenannte Chakotay. Und sagt, Käpt'n, kommen Sie mal hier hoch, es gibt ein Phänomen. Es gibt ein Phänomen. 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 Und damit gehen wir in den Vorspann. Und als wir da rauskommen, ist so eine super lustige Szene, weil du siehst, fast wie Regisseurin Kim Friedman gesagt hat, und Klappe. Weil in dem Moment, wo die Klappe geschlagen wird, packt sich Janeway an den Kopf, Kopfschmerzen, ah, dieses Phänomen, Ding macht mich wahnsinnig. Und der Gary, dieser Hustler, der verkackt so ein Spiel, sagt man Spielzug oder so? Ja, das ist ja ein Spielzug. Der macht so mit seinem Köder. Ja, also ich finde ja, den Effekt, den finde ich schon ziemlich gut. Es ist wie so ein Echo, aber wie ein total seltsames Echo. Und irgendwas scheint da ganz und gar nicht in Ordnung zu sein. Es ist sogar noch lauter. Zuerst denkbar, na gut, das ist eine Fehlfunktion. Offensichtlich hat das Comway, ähm, der, bitte? Das Comway, ich wollte eigentlich auf Janeway. Offensichtlich hat das Com-System ein Problem. Und Janeway kontaktiert auch die Crew und sagt, wir müssen da jetzt mal hoch zur Brücke. Irgendwas stimmt hier nicht. Und die Party ist an der Stelle jetzt erst mal zu Ende. Na toll. Ja. Die Taurus wird auf eine wunderbare Odyssee jetzt hier geschickt. Sie kriegt nämlich gesagt, du gehst mal in Maschinenraum und wir anderen gucken mal. So, auf der Brücke sehen wir jetzt den Harry, der sagt, hier ist was nicht in Ordnung, denn der Weltraum verändert seine Beschaffenheit, seine Form da draußen. Es ist some type of spatial distortion wave. Und some type of und some kind of wird in dieser Folge wieder häufig gesagt, auch von Tuvok, wo ja Vulkan ja eigentlich eher so die Konkreten sind. Präzise ist er eigentlich, ne, ja, 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 ja. Und da passt dieses some kind of, bei Harry würde ich noch sagen geschenkt, aber da passt das eigentlich nicht so dazu. Und ich lese mir das Skript immer nochmal durch, nachdem ich die Folge geguckt habe, einfach nochmal, um nochmal ein Gefühl zu bekommen für den Flow der Geschichte. Und ich bin jedes Mal da hängen geblieben und hab gedacht, ein ordentlicher Redakteur würde das rausstreichen. Weil es ist ein Füllwort. Und jeder einzelne Satz, wo some kind of, some type of drin vorkommt, ist besser, wenn du diese drei Worte einfach streichst. Es sei denn, es hat mit der Handlung zu tun, dass es some kind of ist, ne. Es sieht völlig aus wie diese Sache, über die man redet und am Ende ist es dann was ganz anderes. Aber meistens ist es ja dann tatsächlich irgendwie das, ne. Ja, stimmt, das ist ein bisschen komisch. Die Rede ist auch wieder von EM-Strahlung und all solchen Sachen. Also gut. Das kommt auch näher irgendwie. Ja. Also zehn Minuten ist es bei uns. Lass mal hier Rückwärtsgang einlegen. Geht nicht, denn man ist jetzt schon gefangen in so einer Art Ring. Also dieses Phänomen, 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 Phänomen. Das ist in einem, das ist jetzt so, um die Voyager herum legt sich das und man kommt da jetzt auch schon nicht mehr raus. Sitzt schon wieder ganz tief in der Scheiße, Sebastian. Eine klassische Raumanomalie-Episode haben wir hier also, Simon. Und das ist ja bei Star Trek einfach mal, also es ist sehr Next Generation nicht, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, schon. Genau so was ist das jetzt, ne. Man kann nichts machen, kommt nicht vor und nicht zurück. Dann ist auch noch das Warp-Feld in sich zusammengefallen. Die Maschinen gehen nicht. Irgendwie erreicht man auch niemanden. Also muss man zu Fuß los und der Tuvok schickt den Kim jetzt zum Käpt'n. Jetzt darf der Kim auf die Party, aber nicht um mitzufeiern, sondern um mal mit ihr zu sprechen, was denn jetzt als nächstes zu tun ist. Und sagt der Kim, ach klar mach ich und läuft los. In einer seiner Dialogzeilen sagt Harry, so als Rückmeldung zu einem dieser Befehle, nennt er Tuvok Mr. Tuvok. Und da habe ich kurz innegehalten und habe gedacht, ist das nicht das, was der Vorgesetzte eher so sagt? Müsste Harry nicht Sir sagen? Also Harry nennt Tuvok, ich mache das jetzt Mr. Tuvok. Ich weiß, dass Spock sehr oft Spock oder Mr. Spock genannt wurde in der Originalserie. Auch von Uhura, von Sulu und so, da war das eher so gang und gäbe. Aber ich glaube, bei den jetzt späteren Serien achtet man da sehr drauf, dass die Untergebenen nicht dieses Mr. sagen, oder? Nee. Nee, dann denke ich immer daran, wie die PK sagt, Mr. Crusher. Ja, genau. So, weißt du, also so von oben runter quasi. Herr Sohnemann, ja, Sie haben sich jetzt hier mal zu benehmen. Stimmt, das ist eine gute Beobachtung. Vielleicht wirklich dieses Vulkanier-Ding. Ja, Mr. Spock, man hat immer Herr Spock gesagt. Herr Spock, bitte kommen. Pane Spock, nein. Vielleicht wollte man, vielleicht, Simon, könnte ich mir schon vorstellen, wollte man mit diesem Mr. Tuvok eben den Mr. Tuvok als einen Vulkanier overbringen. Und Vulkanier sind ja Mr. Spock. Richtig, die sind Misters alle. Das sind so Misters. Ja. Na ja, gut. Auf der Suche nach Mr. Spock. Mr. Spock. Heißt es ja im deutschen Titel, ja. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Ja, The Search for Spock. Und soll ich dir was sagen, Simon? Genau wie eine Brille. Er ist immer da, wo du am letzten guckst. Der Spock. Ja, wenn du den suchst. Ja, das stimmt. Okay, wo ist der Spock denn wieder hin? Wo ist denn der Mr. Spock hin? Das ist doch nicht wahr. Ja, richtig. Der Mr. Hol den Mr. mal her. Also, Kim latscht dann auch los, ist dann in den Korridoren der Voyager unterwegs und läuft über einen Typen, den wir kennen, Sebastian. Baxter. Simon Baxter. Baxter. Da ist er wieder. Und der macht immer noch dasselbe wie beim letzten Mal auch, ne? Security irgendwie, oder? Ja, das auch. Aber der war ja beim Doc und hat den total ignoriert. Und Cass hat gesagt, kann auch mal höflicher sein. Und dann hat der Doc ihm am Ende gesagt, so. Und du übertreibst immer mit deinem Krafttraining, ja? Bist jetzt schon mal krank ausgefallen, musst du es eine Schicht ausfallen lassen. Und da schwert sich dich beim nächsten Mal bei Captain Janeway an. Denn so geht das nicht. Du kannst hier nicht so sehr deine Muckis stellen, dass du ständig ausfällst. Und hier sagt er, ja, ich komme gerade aus der Gym, sagt er hier auch. Und ich habe erst gar nicht gemerkt, dass das so kalt geworden ist, weil ich war so hart am Pumpen. Also das ist auch einer von diesen, solche Typen kennt man, der ist so ein bisschen socially awkward und rennt ständig in die Muckibude, ne? Und so ein bisschen unhöflich und keiner kann irgendwie so mit dem was anfangen und so. Ja, genauso wie ich halt auch zeitweise, ne? Du bist auch Mr. Congeniality im Vergleich zu Baxter. Ja, natürlich, genau, ja, ja, aber das stimmt schon, ja, ja, interessant, dass er sagt, jetzt auch mal rückblickend so, der Doktor ist so das Gegenteil von Doc Holliday, ne? Also da kannst du dich irgendwie hin und dir einen gelben Schein holen oder so, wenn du mal keinen Bock hast, sondern da ist angesagt, ne? Du vielleicht hättest du den gelben Schein gegeben, wenn er ihn nicht ignoriert hätte. Vielleicht. Und wenn er nicht gefragt hätte, kann dieses Ding mich überhaupt behandeln? Da würde ja auch ungemütlich werden an seiner Stelle. So sieht's aus. Aber du sagst das nicht, mir ist aufgefallen, irgendwie diese Temperaturen runtergegangen. Das ist total komisch. Und Kim sagt dann auch, also nicht Kim Friedman, sondern Harry Kim, ja, irgendwas stimmt nicht und geh mal auf Bereitschaft. Und dann sagt der Baxter auch, alles klar, mach ich. Und ich hol mal mein Sicherheitsteam. Also die Episode ist ja eine Bottle Show und die spielt nur an Bord der Voyager und Sandrine. Das ist ja auch ein Standing Set, Simon, weil man zum Staffelende ein bisschen Geld sparen musste. Und jetzt trifft man von allen Crewmitgliedern, die da so rumläufen. Klar, ein paar siehst du so, gehst durch die Tür, oh Entschuldigung, kommen auch noch so zwei, drei Momente. Aber man trifft nur Baxter. Und ansonsten laufen da nur unsere neun Hauptcharaktere rum. Und das halte ich in dieser Situation eigentlich für total Panne. Weil wenn sowas passiert mit dem Schiff, was hier passiert, würde ich mir schon vorstellen, dass auch andere Leute anfangen rumzulaufen wie aufgescheuchte Hühner. Und man begegnet ständig irgendwelchen Leuten auf dem Korridor. Das Schiff ist aber leer. Und nur Baxter ist so ein bisschen hier der Quoten-Baxter, damit irgendwer da rumläuft. Oder wie, habe ich das zu verstehen? Der Quoten-Lower-Decks. Ja, genau. Finde ich so ein bisschen, also da merke ich echt, dass hier gespart wurde. Das wirkt auf mich total unrealistisch. Hier wird gespart. Und ich war hier an dieser Stelle noch voll guter Dinge, Sebastian. Ja, weil, muss ich dann später erklären, warum ich das sogar noch okay gefunden hätte, nur Baxter zu sehen. Wenn die Episode sich in eine Richtung bewegt hätte, wo ich gehofft habe, dass sie sich hin bewegt. Ja, das tut sie aber dann nicht. Und dann gebe ich dir völlig recht, das passt nicht zur Handlung. Ich meine, da sind ein paar mehr Leute einfach auf der Voyager, ne? Und uns wird so suggeriert, dass die alle sitzen bleiben, da wo sie sind, außer unsere Helden. Ja, da hat sie sich aber auch eine Crew angelacht, die Janeway, oder? Ja, vielleicht denken die sich dann, guck mal, die Chefs können irgendwie nicht vorbeikommen und uns nicht erreichen. Ich bleibe, gehe einfach in eine Badewanne, bis das hier vorbei ist. Ach, meinst du, das ist so wie, wie wenn in einer Firma, früher, als ich noch einen Bürojob hatte, wenn Stromausfall ist oder wenn Telefon ausfällt oder irgendwie sowas, dass alle denken, geil. Ja. Ja, das denkt man dann, es sei denn mal eine eigene Scheiß-Deadline. Das ist bei meinem, bei Computec damals, meinem ehemaligen Arbeitgeber, auch mal so gewesen, dass der Strom ausgefallen ist, war mein Text weg, der in die Druckerei musste. Ja, gar nicht angenehm. Those were the times. Jetzt aber ist es tatsächlich so, dass ein Triumvirat haben wir ja heute, bestehend aus Fred, aus dem Paris und aus der Janeway. Die sind ja eigentlich auf dem Weg zur Brücke, sind im Turbolift, die Tür geht auf, gehen sie da raus und denken so, Moment mal, ist doch nicht die Brücke, ist doch Deck 4. Das kann aber eigentlich wahr sein. Und dann sagt Chakotay auch, aha, wenn also das Kommunikationssystem kaputt ist, dann kann es ja auch sein, dass die Sprachsteuerung von dem Aufzug irgendwie nicht funktioniert. Und dann kommt so ein unfassbar bescheuerter Satz von Paris, der ja der Bill Riker der Serie ist, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, der das immer noch mal dem Publikum erklärt. Aber der Satz ist einfach nur unnötig, weil Chakotay sagt, okay, Sprachsteuerung geht nicht. Und dann sagt Paris, das könnte erklären, warum uns der Turbolift hierhin gefahren hat und nicht auf die Brücke. Und da habe ich gedacht, wow. Er teilt sich die Rolle ja aber auch mit Chakotay, der sagt auch so ein, zwei Sätze in der Folge, wo du denkst, ja, ja, Chuckles, danke. Ja. Ja, das ist so, das würde keiner sagen, weil alle wissen es. Und auch das Publikum weiß es, wir sind nicht so doof. Aber Simon, das hat mich so in so eine Bill Riker-Muckeligkeitsstimmung gebracht. Ich fand es einerseits doof, aber andererseits habe ich mich total TNG-mäßig zu Hause gefühlt, weil so ein Satz kam. Verstehst du? Ja, verstehe ich. Ich, an der Stelle habe ich hier stehen in meinen Notes, alle wirken so isoliert. Und das ist das, was du vorhin auch gesagt hast, weil da sonst irgendwie niemand ist, außer da kommt so ein Baxter. Ja. Und dann sind die immer so unter sich und der Rest des Schiffs scheint leer zu sein. Das fand ich stimmungsvoll. Durchaus. Da habe ich so gedacht, was ist denn da los? Was ist mit den anderen? Was passiert da jetzt? Und das ist, hat für mich, und da kommt gleich noch so eine Szene, die das gut zeigt, hat für mich ein bisschen was Gruseliges. Ja. Was hier gerade passiert. Ja, so was total, jetzt ist es wieder was Windschiefes an der Stelle. So ein bisschen Cosmic Horror, der da abgeht. Ja, also, wieso sind wir jetzt hier? Wir wollten doch nach oben fahren. Und erinnern wir uns doch mal an eine Zeit, die auch nicht von der Kritik so gut gedungen war, wo wir immer gesagt haben, aber das hat uns so von dieser Windschiefe. Zweite Staffel Next Gen. Exakt. Das ist so ein richtiger Throwback in die Zeiten, wo in der Next Generation der Weltraum irgendwie gefährlich und merkwürdig und freaky war. Ja, die folgen vielleicht nicht so geil poliert wie so ein The Inner Light oder The Best of Both Worlds, aber trotzdem genau das Richtige eigentlich, um es um 23.55 Uhr anzuschalten. Ja, da gehen irgendwie die Outer Limits so ein bisschen an. Ja. Und das ist deswegen voll guter Dinge. Ja. Jetzt kommen wir zu Nelix und Cass, die sind von der Party unterwegs und da ist jetzt das große Thema noch das Geschenk von Paris. Was hat dir am besten gefallen auf der Party? Na ja, dass alle meine Freunde da waren. Ach ja, die Freunde alle. Ja, und das, dieses wunderbare, wunderbare, zauberhafte, den Anhänger, den dir der Tom gegeben hat, war auch nett. Der hat ja guten Geschmack, ne? Also ich finde, Ethan Phillips kostet das wieder aus. Es ist nicht freundlich, was er macht mit seiner angebeteten Sweeting. Weil er müsste das nicht an ihr auslassen, sondern an Paris auslassen, wenn er damit ein Problem hat. Aber es ist einfach. Er stichelt halt. Ich finde ihn hier aber noch nicht mal so aggressiv, weil der ist ja so unsicher und der hat solche Minderwertigkeitskomplexe, der Nelix. Deswegen ist er ja so eifersüchtig auch. Aber er möchte irgendwie herausfinden, ob das mehr bedeutet für Cass. Ob seine Sorgen begründet sind. Sie merkt das dann natürlich auch und sagt, Nelix, bist du etwa eifersüchtig? Ja. Ich? Niemals! Lacht auch noch so. Ich bin hier eifersüchtig. Aber das Schöne ist, er sagt ja noch irgendwie am Ende, der hat das Ding ja nur repliziert. Ich? Ich habe den Kuchen selbst gebacken. Und das, finde ich, ist ein Schritt nach vorne für Nelix. Das ist ein Schritt nach vorne für Nelix, weil er sich auf die Sachen konzentriert, die er macht und nicht die andere machen. In dem Fall. Also finde ich, und Jennifer Lien spielt das auch sehr gut, die findet ihn süß in dem Moment so. Die denkt so, ach ja, der Nelix. Der Nelix, mein Nelix. Das ist immer das Tolle an dieser Beziehung. Cass ist zwei Jahre alt geworden, aber sie ist tausendmal erwachsener als Nelix. Der, wir wissen nicht, wie alt er ist. Der könnte ja auch erst 16 sein. Oder 48 oder 50 oder so. Er sieht halt aus wie ein 50-jähriger Ethan Phillips oder 48 irgendwie so. Ja, aber dass das so verdreht ist, finde ich cool. Und dann spielen die das auch noch so gut, weil die Jennifer Lien kann auch so eine alte Seele irgendwie gut spielen. Und Ethan Phillips muss sich nicht groß verstellen, um so einen Kindskopf darzustellen. Und ich kann nicht weggucken, Simon, wenn die beiden irgendwas machen. Das ist toll. Super Paar. Ja. Funktioniert echt richtig, richtig gut. Aber jetzt, Sebastian, die sind ja auf dem Weg zu Cass' Quartier. Aber dann passiert hier das Gleiche, was wir eben schon so gesehen haben mit Janeway, Paris und Fred. Irgendwie sind die nicht da, wo sie eigentlich hinwollten, wo sie hingegangen sind. Und Cass sagt, das ist doch hier das Quartier von Ensinn Müller. Ja, ich wollte doch eigentlich hier zu mir. Das ist ja komisch. Nelix sagt auch, ich bin eigentlich nur dir hinterher gelatscht. Ich habe nicht richtig geguckt. So, und jetzt, wo wir so auf dem Korridor ein paar Mal rumgelaufen sind, wir haben es euch eingangs versprochen, verraten wir mal, auszupacken, was vielleicht mit der Folge los ist. Warum die so ein Problem war, Simon. Ja, nachdem sie abgedreht war und der erste Rohschnitt auch erstellt war, war Twisted acht Minuten zu kurz geraten. Acht Minuten fehlten. Und vielleicht denken jetzt einige unter euch, wieso, Episoden eine und derselben Serie sind doch heutzutage manchmal 37 Minuten lang, nächste Woche dann mal 53 Minuten. Wo liegt denn das Problem? Ja, wo liegt denn das Problem, Sebastian? Tja, das mit den 37 und 53 Minuten, das ist heute, wenn du den Mandalorian guckst oder irgendwie sowas. Also irgendeine Streaming-Serie, aber wir reden ja hier von Network-TV und da wurde Werbezeit verkauft und die war pro Stunde nicht nur festgelegt, sondern exakt penibel festgelegt. Das heißt, es gibt eine sehr eng festgeschriebene Episodenlänge, Simon. Wie ist denn das bei Voyager in der zweiten Staffel? Ja, die Laufzeiten in Voyager Staffel 2, die liegen allesamt zwischen 45 Minuten und 44 Sekunden und 45 Minuten und 55 Sekunden. Ja, das bezieht sich jetzt auf das Original NTSC, europäisches Paar. Das läuft etwas schneller, aber nehmen wir das jetzt mal so als gegeben an. Es bleibt ein Korridor von 11 Sekunden, der variabel ist. Also kannst du entweder eine Folge abgeben, die 45 Minuten und 45 Sekunden hat oder 45 Minuten und 54 Sekunden, aber nicht 45 Minuten und 56 Sekunden oder gar 45 Minuten und 40 Sekunden. Das geht nicht. Du musst dich in diesen 11 Sekunden bewegen, damit das mit der Werbeeinspielung entsprechend klappt für diese und auch nachfolgende Sendung. Deswegen ist also ein achtminütiges Defizit dramatisch. Das musst du füllen, ob du willst oder nicht. Deswegen wurden hektisch fünf zusätzliche Szenen geschrieben. Die meisten von ihnen im Voyager-Korridor, weil man dann nämlich für den Nachdrehen nicht mehr so viele Sets wieder beleuchten muss. Dann gab es nämlich einen entsprechenden Nachdreh und man hat auch noch einen anderen Trick angewandt. Ja, sogenannte Looping Sessions. Das sind Nachvertonungen, wozu die Schauspielerinnen und Schauspieler in den Tonkabinen gehen. Über die hat man zusätzlich einen Dialog aufgenommen und in die Folge geschnitten, wenn der oder die Sprechende gar nicht im Bild zu sehen war. Um das einfach langzuziehen. Ja, jetzt müssen wir uns mal vorstellen, man schreibt so eine Folge, kürzt das Ganze dann zusammen, redigiert das entsprechend und dann hinterher sagst du, scheiße, jetzt müssen wir das aufblasen. Und irgendwas aufzublasen ist, glaubt mir, Freunde, wesentlich schwerer als etwas zu kürzen. Das fand auch Chefin Jerry Taylor, die sagte, bei einer so extrem kurzen Episode wie Twisted waren wir aufgrund der Story-Struktur gezwungen, all diese Korridor-Sequenzen einzufügen. Am Ende hatten wir da diese endlosen Szenen, auf und ab durch die Korridore. Das trug nur zu der ohnehin schon vorhandenen Lethargie bei, verlangsamte alles Schwere statt Auftrieb. Simon, das klingt jetzt fatalistisch. Ich sehe das gar nicht so fatalistisch, weil ich finde, dass diese Lethargie und diese gepflegte Langeweile, die dann auch dadurch sich ausbreitet, das passt so wunderbar zu 90er Jahre Star Trek. Und dann läufst du da auch noch in so einem Star Trek Schiffskorridor rum und dann passieren da so Sachen, wo einfach nur der Kim sagt, ich weiß auch nicht, sag du doch mal was. Oder irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, wie diese fünf zusätzlichen Szenen jetzt genau aussehen, die sind leider nicht gekennzeichnet als solche. Und Simon, das ist zwar keine Kunst eigentlich, keine große Kunst, aber das ist auch genau wieder wie vorhin, dass der Paris diesen Schwachsinn sagt, ist das so eine Star Trek 90er Jahre Muckeligkeit, die da in mir entsteht. Wie geht dir das? Ja, so und so, würde ich sagen. Ja, ich habe auch kein Problem damit, wenn irgendwas sich wiederholt, repetitiv ist und schon gar kein Problem damit, wenn irgendwas langweilig, damit habe ich ein Problem, wenn etwas langatmig erzählt wird. Aber hier ist es so, dass wir ein paar Szenen haben, jetzt gerade, wo wir auf Charaktere treffen, die sagen dann, ich bin ja aber falsch. Und dann ist es zwei Minuten später in der Szene, ja, hier bin ich aber falsch. Drei Minuten später, ich bin ja aber nicht richtig, ne? Vier Minuten, das ist doch nicht das Maschinendeck. Und Sebastian, da bin ich dann auch irgendwann an einem Punkt, wo ich sage, ja, wir wissen es. Dann hätte ich es halt lieber gesehen, sehen, weißt du, dann siehst du halt mal die Fresse vom Chakotay. Die kann ich mir fünf Minuten angucken, wie er denkt. Da bin ich dann dabei. Da bin ich dann dabei. Hier fand ich es ein bisschen viel. Da komme ich auch gleich nochmal drauf, was die einzelnen Szenen, wie wertig die überhaupt sind oder wie gehaltvoll die sind, ja? Ja, da gibt es sowas wie rumlaufen und oder sowas, ja. Man hätte ja auch eine Szene einfügen können, weißt du, seit jeher ist der Treppenwitz, wir sehen nie ein Klo bei Star Trek. Ja, und jetzt wäre das ja mal echt ein Problem, wenn du mal dringend einen abseilen musst. Scheiße, wo ist denn hier? Und du läufst durch ein Schiff und alle Räume sind irgendwo anders. Und dann denkt sich auch irgendwann mal der Fred, ja, ich kacke jetzt hier gleich in die Besenkammer. Für mich wäre das ein fantastischer Subplot gewesen, oder? Und dann geht er in die Besenkammer, und dann, weiß ich nicht, geht irgendwo jemand, will auf die Brücke gehen, geht die Tür auf und dann sitzt der Chakote da auf so einem Blumentopf oder so. Das wäre halt, das wäre großes Fernsehen gewesen, oder? Oh, Captain. Ein Captain. Ja, ich hätte es gut gefunden. Konnte nicht warten. Ja, genau. Es wäre in die Hose gegangen, ja. Ach, ja. Aber jetzt wisst ihr es, ne? Also da sind tatsächlich Szenen drin, die da eigentlich, eigentlich nicht reingehören, um diese Geschichte zu erzählen. Und mag sein, dass das deswegen auch viele so furchtbar finden. Naja. War wohl vielleicht auch der Robert Picado, Simon, nachtragend, dass der nochmal wieder antanzen musste? Denn es wurden auch Szenen in San Reans nachgedreht. Das konnte ich zumindest dem Drehplan entnehmen. Ich weiß nicht, welche es waren, aber Szenen mit ihm und der Judy Gießen wurden da nachgedreht. Der arme, arme Robert Picado, dass der nochmal schauspielen muss. Oh, das tut mir aber leid. Hier. Die kleinste Geige der Welt, ne? Genau, die kleinste. Eine Ladonna Mobile zu singen, der singt doch so gerne. Richtig, der singt immer. Und so langsam, denke ich, wir haben da auch alles gehört. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Jetzt haben wir das mit Nelix und Cass. Und auch da, Sebastian, kommt das jetzt schon, dass sie da die ganzen Quartiernamen kennt? Oder ist das eine spätere Folge? Eine spätere Szene. Meine Güte. Jetzt kommt erst mal die Odyssee der Bellana Torres. Die läuft nämlich in eine Kantine rein und sagt, das ist nicht der Maschinenraum. Und erntet so einen Blick von einem Typen, der sich da gerade Kartoffelbrei abholt, von der Vertretung von Nelix oder von wem auch immer. Keine Ahnung. Und dieser Typ, das ist für mich hier, ist das Peak David Lynch. Peak, weil der sieht echt unglaublich aus. Der sieht ein bisschen gruselig aus, dieser Typ. Das ist so ein Charaktergesicht irgendwie, der gar nicht so reinpasst in diese geleckten, durchtrainierten Starfleet-Leute da. Ja. Und der guckt auch so komisch an und sagt, das ist nicht Engineering. Und da dachte ich, ich werde ja mal weiter in diese Richtung gegangen. Dass das irgendwie gruselig wird, dass sich die Crew vielleicht verändert. Also, dass du halt so einen Baxter triffst, der sich verändert und irgendwie ein anderer ist. Oder sonst irgendwie was. Dass das immer mehr so wirkt wie etwas, was nicht auf der Voyager stattfindet, sondern in einer anderen Dimension. Oder hast du nicht gesehen? Ja. Das hätte ich geil gefunden. Du hättest den kosmischen Horror mehr. Ich hätte gerne hier ein bisschen, muss ja nicht krass sein, aber so ein bisschen mehr diesen kosmischen Horror. Ja, ich hätte auch gerne ein paar Zwerge gesehen, die da rumschmieden oder so. So ein bisschen Terry Gilliam-Style. Also, da wäre ich da, ich wäre on board gewesen. Ja. Ein bisschen mehr Night Terrors. Night Terrors, genau. Oder auch Birthright Part 2 oder sowas. Also, irgendwie. Ja. Oder Where Silence Has Lease. Ach, so eine tolle Folge. Ach, wirklich eine tolle Folge. Wir waren so knickerig in der zweiten Staffel mit unseren scheiß D-Kelly, Simon. Wir sollten da nochmal zurückgehen, Sebastian. Jetzt ist natürlich nicht jede Folge, aber so ein paar sollten uns nochmal rauspicken. Ja, ich meine. Halloween. Ja, ja, ja. Folge von Tato oder so. Irgendwann erreichen wir ja die 725. Folge und wer weiß, was wir dann machen. Wer weiß das schon. Wer weiß das schon. Jetzt gehen wir zum Triumvirat. Wo kommen die jetzt raus? Die kommen, glaube ich, bei Engineering raus. Kann das sein? Da, wo die Belana hin will. Ja, die denken, ja, tolle Wurst. Ja. Und jetzt läuft Belana in den Transporterraum auf ihrer Suche nach Engineering. Und das ist jetzt eine rätselhafte Szene, Simon. Weil Baxter steht, eigentlich so wie der Milestyle. Wie angewurzelt hinter der Konsole im Transporterraum und sagt, ich suche mein Team. Und da habe ich mir gedacht, ja, so findest du es aber nicht. Ich habe so gedacht, vielleicht will er beamen. So. Also das ist ja auch Belanas Idee irgendwie, da vielleicht hin zu beamen. Aber auch das fand ich irgendwie, ja, gruselig so ein bisschen. Was steht denn dieser Baxter da jetzt rum? Und was macht er da? Weil er sah ja so aus, als wäre gerade im Begriff die Milestyle-Bewegung zu machen aus TNG. Na ja, Belana spricht dann mit ihm und er hat auch das gleiche Problem wie sie. Irgendwie kommt er nicht an. Der findet sein Security-Team nicht. Belana findet Engineering nicht. Sagt, um Gottes Willen, ich dachte schon, ich werde bekloppt hier. Ja, was machen wir denn jetzt? Also man trennt sich jetzt auch wieder bei Baxter und Belana und wünscht sich viel Glück. Ja. Toi, toi, toi. Wie Dieter Thomas X sagen würde. Und jetzt schalten wir nach Sandrins ins Holodeck. Und da sehen wir, wie, und ich glaube, das ist so eine nachgedrehte Szene, wo auf einmal der Doktor sich materialisiert und sagt, schon wieder. Der will einfach nur zur Krankenstation zurück. Aber immer, wenn er dahin transportieren möchte, über das Hologrid, ja, funktioniert das nicht. Er landet immer wieder in Sandrine. Und da ist diese, diese ... Sandrine. Sandrine. Und die kann nicht vom Doktor lassen und will den allständig angrabbeln und angrabschen. Und dann sagt er, ich bin doch Arzt und kein Barkeeper hier. Was soll denn das? Ja, aber trotzdem fängt sie an, mit ihm rumzuknutschen. Und in diesem Moment geht die Tür auf und der Harald kommt rein. Guten Tag. Oh, 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 sagt er. Nee, ich, äh, ich war ... Nee, oh. Oh, also herrlich peinlich auch, ja. Und der Harry denkt sich auch wieder, ja, ja, okay. Er drückt aber dem Doktor einen Spruch, indem er sagt, was machen sie denn auf dem Holodeck außer Doktorspielchen? Und da habe ich gedacht, oho, du hast ja letzte Woche oder vor zwei Wochen hast du den Harry noch, also den Langeweiler vom Dienst bezeichnet. Und jetzt drückt er dem Doktor so einen Spruch, Simon. Ja. Du bist auch nicht begeistert. Nee, ich bin nicht begeistert. Aber sagt Sandrine nicht das? Nee, nee, nee. Das sagt Harry. What are you still doing in the Holodeck besides playing Doktor? Ja, ja. Der Gag zündet irgendwie nicht so, ne? Nee, der Gag zündet auch nicht. Aber ich finde es cool, dass Harry mal so was sagen darf. Stimmt, ja. Ja, das macht ihn gleich zu einem deutlich interessanteren Charakter. Ich will, ich will, ich will, ich will. Ja, okay, habe ich auch gemerkt. Und jetzt, ja, der Doktor sagt hier, was soll denn hier sein? Und Harry, weiß ich nicht, will das Holodeck ausschalten. Wäre dann nicht auch der Doktor weg, wenn das funktionieren würde? Ja, ich meine weg, aber auch gespeichert. Sandrine ist ja dann auch nicht weg, weg. Ja, ja, das stimmt. Nein, das meine ich so nicht. Aber das würde ja nicht die Mission des Doktors erfüllen, dass er wieder auf der Krankenstation ist. Ist aber auch egal. Er versucht, dem Doktor kurz zu helfen. Das klappt aber nicht. Und dann geht er wieder und sagt, ey, kannst du, ey. Du warst ja so abrupt, ja. Er sagt einfach, jetzt hilf mir doch mal. Und das ist so total komisch, weil der Doktor, der wirkt hier so ein bisschen panisch an der Stelle. Der will jetzt irgendwie, hilf mir doch. Ihr habt doch mal fünf Minuten Zeit, mir auch zu helfen. Ja, nee, geht nicht, ich muss auf die Brücke. Und dann überredet er ihn aber trotzdem noch. Ja, aber wenn wir in der Krise sind, dann brauchen sie mich doch an der Krankenstation. Ach so, ja, dann gucke ich mal bei den Holokontrollen. Und dieses Ganze, ich muss weiterlaufen, nee, lauf mal nicht. Also dieser Tropfsteinhöhlen-Moment, wie du ihn jetzt gerade genannt hast, da habe ich gedacht, oh, ich glaube, das war so ein Filler. Ja. Weil das ist unfassbar nichtig, was hier gerade besprochen wird. Nichtig, Siegmann. Und Sebastian ist es nichtig. Und ab hier fängt es schon an, dass sich die Folge ziemlich lang anfühlt irgendwie. Ja, das wird hinterher noch krasser, finde ich. Aber, ja, das bremst irgendwie alles so schön aus. Also diese Filler-Szenen, ne? Die bremsen die Handlungen, gehen voll in die Eisen sozusagen. Jetzt kehren wir auch noch mal zu Cass und Nielix zurück. Und da sehen wir im Grunde genau die Szene von vorhin. Man ist immer noch nicht da, wo man hin will. Und das ist doch hier von dem Nicoletti das Quartier. Und da hinten wohnt der Ede Zimmermann und all sowas. Ja, also, und dann sagt die es aus. Woher kennst du denn die? Woher weißt du denn, wo die ganzen Leute hier wohnen? Woher kennst du denn die Quartiere? Ja, äh, warst du in den Quartieren? Nee, nee, äh, aber die können nicht alle auf dem selben Deck sein. Und ich weiß, ganz sicher, sagt Cass, dass Hargrove auf Deck 7 ist. Warum ist der so besonders? Obwohl, das fand ich schon wieder gut. Ja, der ist nicht besonders. Und da macht Nielix auch so was mit den Armen. So beim Weggehen, so eine Geste, so eine Pumpbewegung, da fand ich das einfach nur sensationell irgendwie. Ich fand das gut. Das hat mir Spaß gemacht. So, jetzt eiern die da ja irgendwie alle so durch die Gegend. Und jetzt muss man die auch mal langsam zusammenbringen. Also die Belana trifft jetzt den Harry. Erklärt ihm auch, hör mal, ich kann Engineering nicht finden. Ich laufe hier die ganze Zeit im Kreis. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich zur Brücke komme. Und da kommen Nielix und Cass dazu. Nielix sagt auch wieder was Unerhörtes. So ein kleines Dummchen-Satz, sagt er nämlich. Cass, du hast ja wunderbare Eigenschaften, aber dein Orientierungssinn gehört nicht dazu. Schon nicht. Das ist ein Arsch. Das ist manchmal ein Arsch, ist das, ey. So ist das, ja. Aber sie lächelt das weg und sagt, ja, wir kommen ja nicht da. Und jetzt kommt das Triumvirat auch dazu. Die marschieren aus dem Turbolift, sind wahrscheinlich 50 Minuten lang irgendwo hingefahren. Nee, schon wieder falsch. Mensch, ist der Spracheingabe kaputt? Ja, deswegen fährt der Turbolift nicht. Haben die jetzt fünfmal wiederholt, zum Glück haben wir es nicht gesehen. Oh, jetzt ist man zusammen. Und trifft sich dann auch in der Kneipe wieder. Ja, komisch, ne? Wir wollen auf die Brücke, wir wollen dahin, wir kommen aber irgendwie nicht an. Das ist ja fast so, als wenn sich hier die Wege verändert hätten. Und wo führen diese Wege hin? Naja, wir wollen immer an die äußeren Enden des Schiffes, ja. Brücke, Deck 1. Maschinenraum, Deck 11. Und Deck 6 ist ja, wo wir immer landen, hier in der Mitte. Es fühlt sich also so an, dass wir immer von diesem Ding, was da auch immer gerade läuft, in die Mitte gedrängt werden. Woran gehe ich das? Was ist das für ein Phänomen? 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 Und der Doktor, der bringt auch noch eine andere These ins Spiel. Der sagt nämlich, hör mal, ihr könntet auch alle Halutzen haben. Ja. Ja, das ist bekannt bei dieser EM-Strahlung, dass man sich dann auch Sachen einbildet. Ich kann das aber jetzt nicht untersuchen, weil ich hier nicht mal ein Zeug dabei habe, um euch mal in die Augen zu leuchten und zu gucken, ob die Pupillen vielleicht erweitert sind. Gut, da kommt man also auch nicht weit. Und jetzt kommt dieser Satz, wo ich lachen musste von Chakotay, der Janeway sagt, wir müssen das rausfinden irgendwie. Und dann ist so die, wir sollten uns, vielleicht können wir uns hinbeamen auf die Brücke. Und Chakotay sagt, da müssen wir in den Transporterraum. Und das fand ich einfach lustig. Oder? Ich muss mal, ja, da musst du mal aufs Klo. Ja, genau. Also das ist, das fand ich sehr, sehr lustig. Ja, das war der Bill-Riker-Moment des Fred Chakotay hier. Das war so ein Können-vorlachen-Moment von Chakotay. Ja, stimmt. Sehr gut. Was können wir denn machen? Wir waren doch vorhin schon mal, sagt jetzt der Paris, der ist jetzt auf einmal wach geworden. Wir waren doch vorhin schon mal im Maschinenraum. Und wenn wir denselben Quatsch noch mal machen, vielleicht kommen wir da wieder hin. Ja, sagt Janeway, dann lauf du mal mit der Bellana los. Und zeig ihr den verschrammelten Weg zum Maschinenraum. Also dann war das erste Team, das sich jetzt bildet. Team 2 besteht aus Harry und Janeway. Harry hat nämlich die Idee, ja, hör mal, da ist noch diese Jeffrey's-Tubes hier im Schiff. Diese kleinen Korridore, wo man immer so krabbeln muss. Und da ist doch einer, der direkt hinter die Brücke führt. Und den würde ich mal, da würde ich mal lang gehen. Und Janeway sagt, machen wir, komm ich mit. Und dann sagt der Fred, ich glaube, das Schiff wurde umgestaltet. Ich will zu Fuß zur Brücke gelangen. Und dann kann ich auch eine Karte erstellen. Er kann eine Spur legen. Auf Indianer Art, ja. Ausgerechnet. Mit seinem Trikorder. Ja. Da kommt nachher noch so ein Satz von Nelix und so, aber da musste ich schon wieder, also da war ich auch schon wieder so zwischen Entsetzen und Amüsement, als ich das irgendwie gehört habe. Aber ich entscheide mich, das halt trashig dann zu sehen. Nelix sagt auch, oh, dann komme ich mit, ne? Weil ich bin super als Pferdenleser. Pferdenleser, sagt er auch. Und dann siehst du Chakotes Gesicht und der hört das und sagt, und da kommt irgendwie der, da geht irgendwie der Chakote zum Beltran, Sebastian, ich weiß auch nicht. Ja, das hat mich auch gekillt. Das hat mich wirklich gekillt. Zurückgespult zweimal, weil ich das so gut fand. Das ist wirklich eine fantastische Szene und da merkt man schon langsam, wie der Robert Beltran die ganze Veranstaltung nicht so ernst nimmt, aber es auch der Serie nicht zum Nachteil gereicht, sondern im Gegenteil. Ach ja, das ist, das ist schön. Also, einfach schön. Ja. Cass sagt, ich bleibe hier, helfe dem Doktor mit der Holore Ramme. Ja. Der will das auch unbedingt, ne? Ja, ja, ja. Also, da wird losgestiefelt. Also, wir haben ja tatsächlich jetzt die, die Party, die teilt sich irgendwie auf, ne? Und alle haben das gleiche Ziel, irgendwie dahin zu kommen, wo man hin will. Paris und Belana sind unterwegs und gehen in den Turbolift. Und Belana, Sebastian, wirkt ja auch ein bisschen panisch, würde ich fast sagen. So, so ängstlich, ne? So emotional, sehr emotional. Ja, die geht so auch in die Defensive viel. Ja. Aber Paris hat Oberwasser, weil er kann sagen, und siehe da, der Quatsch funktioniert immer noch. Es ergibt zwar keinen Sinn, aber wir sind im Maschinenraum. Und da tut die Belana erstmal alleine Arbeit und sagt auch, also hier Überstunden, keiner geht nach Hause, los geht's. Ja. Also, sie bringt den Laden da ans Laufen und dann will sie in den Nebenraum gehen, ins Lager vielleicht, um irgendwie was zu holen. Die Tür geht auf. Da, wo der Jordi immer geschlafen hat. Jordi hat da immer unter dem Schreibtisch geschlafen. Und da ist, ja, wir wissen ja mittlerweile, das Layout der Voyager verändert sich in irgendeiner Form. Türen führen dahin, wo sie eigentlich hinführen dürfen. Hier führen sie in ein Quartier und jetzt sehen wir einen Crewmitglied. Es ist ein unbekannter Typ, der gerade aus der Dusche kommt. Oh, nee, oh, sagt Belana. Weitermachen, bleiben Sie da. Geht die Tür zu. Ah, dann sagt der Paris, ah, super, hast du super gemacht. Ist ein bisschen lustig, aber auch random in gewisser Weise, aber, naja, gut. Richtig. Was ich mich ja die ganze Zeit frage, Simon, diese Anomalie, die verbiegt das Schiff und führt dazu, dass die Räume irgendwo, also, dass alles total twisted eben ist, so wie die Folge heißt. Dennoch ist die Anomalie, und vielleicht liegt das an der Intelligenz, die hinter ihr steckt, immer noch so, dass sie denkt, naja, eine Wand ist immer noch eine Wand und eine Tür ist immer noch eine Tür. Das heißt, die Korridore verbiegen sich nicht. Es könnte ja jetzt auch mal bergauf gehen oder durch so eine Kuhle oder dass irgendwie so ein Klo mitten auf dem Gang steht oder sowas. Nein, so weit geht es nicht. Und da, Simon, klar, das kannst du nicht machen, weil das viel zu teuer ist, aber da irgendwie beißt sich das Konzept der Folge in den Schwanz, finde ich, weil da hätte man sagen müssen, das können wir ja gar nicht darstellen, wie das eigentlich sein müsste. Ja, sehe ich auch so. Also, die Erklärung wäre im Grunde, die Anomalie, das kriegen wir ja hinterher raus, hat eine Intelligenz, ne? Und weiß das irgendwie. Aber auch das ist total komisch, weil so eine Anomalie, also diese Anomalie so fremdartig ist und so völlig anderen Gesetzen gehorcht als das, was wir so kennen, ist es total komisch, dass sie das checkt mit den Räumen. Andererseits benutzen die auch das gleiche File-System wie die Voyager, ne? Und spielen dann Daten darunter. Also von daher, aber ja, das Konzept, das habe ich auch gedacht. Vielleicht ist es auch deswegen nicht so sehr die Farbe aus dem All, wie du dir das gewünscht hättest hier. Ja, genau. Ich hätte mir die Farbe aus dem All gewünscht. Genau so ist es. Aber es ist irgendwie, war sie nicht, die Videokassette, VHS aus dem All. Das verrückte Labyrinth. Das verrückte Labyrinth. Alles, wenn alles so Cubes wären auf der Voyager, die man so verschieben kann, dann hätte das eher funktioniert. Aber so ist die Voyager ja nicht aufgebaut. Ne. Svenja Zack und Kolja Zack. Ja, die sind auf Zack. Kennst du das, Simon? Das kommt mir so bekannt vor. Es gab mal zu dem Ravensburger Spiel Das verrückte Labyrinth eine kurzlebige Hörspiel-Serie in den ausgehenden 80er-Jahren. Ja, ich erinnere mich. Und die beiden Protagonisten, ein Geschwisterpaar hießen Svenja und Kolja Zack. Waren die in jeder Folge in irgendeinem Labyrinth? War das Ding so? Haben die alle Labyrinthe entdeckt? Immer ein Labyrinth. Gibt auf der Welt. Es gab aber auch nur sechs Folgen, weil irgendwie sind denen dann, glaube ich, die Labyrinthe ausgegangen, die es so gab. Und die Titelmelodie ging, das ist in meiner Gehirnwindung bis in alle Ewigkeit eingebrannt. Svenja Zack und Kolja Zack. Ja, die sind auf Zack. Was super bescheuert ist, weil das ja noch nicht mal ein Reim ist, sondern einfach nur eine Wiederholung des Wortes Zack. Da habe ich als Kind schon gedacht, ihr wollt mich doch auf denselben nehmen. Ja, schon. Aber sei es drum. Sei es drum, genau. Auf dem Maschinendeck ist immer fertig. Ich versuche gerade wieder mal zu finden, wo ich gerade bin. Nelix und Chakotay gehen los. Nelix und Chakotay gehen los. Jetzt kommt die Szene, die Dialogszene, die Moral von der Geschichte. Der Nelix spricht jetzt den weisen Chakotay an. Wie ist denn das mit der Eifersucht? Sag mal, warst du eigentlich schon mal eifersüchtig? Ja, klar, sagt der Fred. Wollen wir doch alle mal irgendwie. Das war noch mal. Warum wird man denn eifersüchtig? Chakotay sagt, na ja, es ist die Angst in dem Moment vor Verlust. Und das ist dann schon. Ach so, deswegen fühlst du das so schall, warum fühlst du das so unangenehm an? Ja, genau, Verlust, Schmerz. Er erklärt dem Nelix halt, warum es diese Gefühle gibt. Ja, aber wie so ein Zweijährigen. Ja. Musst du das erklären? Und da habe ich dann... Ist er nicht auch zwei geworden am Anfang der Folge? Ach nee, es war Kes. Das war Kes. Siehste? So, Simon, da habe ich nämlich Pause gemacht und habe gedacht und habe mich in meinem Ohrensessel mit meinem Maria Krohn kurz zurückgelehnt und habe gedacht, letzte Woche, da haben wir diese Wutbier-Szene mit Quark und Garak gesehen und die hatte Layers upon Layers und war so raffiniert geschrieben. Und hier sehen wir jetzt Nelix, der den Chakotay fragt, was ist denn eigentlich Eifersohn? Und da habe ich gedacht, okay, also wir müssen uns, glaube ich, schon so innerlich darauf einstellen, dass zwischen Deep Space Nine und Voyager auch so eine gewisse, ja, möchte fast sagen, intellektuelle Fallhöhe eingezogen wird, oder? Der Anspruch ist ein anderer. Sagen wir es mal einfach so. Der Anspruch an die Charaktere und auch ans Publikum, ja. Ja. Dieser These würde ich folgen jetzt, ja. Und das ist ja schon ein krasses Indiz dafür. Mal gucken, wie es so weitergeht und ob wir dann immer noch so denken, so, mal geht's noch, ja. Trotzdem habe ich aber sehr gelacht am Anfang der Szene, weil Nelix sagt, sagen Sie mal, Fred, Sie haben doch Erfahrungen mit Frauen. Und dann macht der Robert Batchel schon so einen super geilen Weiberheldblick und sagt, so ein paar. Und das fand ich schon super. Und dann sagt Nelix auch noch, jetzt haben Sie sich doch nicht so ein schöner Mann wie Sie. Ja, und das fand ich einfach nur, das, der Anfang der Szene ist natürlich auch ein bisschen unfreiwillig komisch, aber der hat mir echt, der hat mich wieder zum Lachen gebracht. Er hat gesagt, das ist okay. Das hat Herr Laumann mal zum Marc gesagt. Kannst du dich daran noch erinnern? Marc ist doch ein schöner Mann. Ja, klar kann ich mich daran erinnern. Ja. Ich dachte, ja, Marc ist doch ein schöner Mann. Er ist ein wunderschöner Mann, ja. Ein wunderschöner Mann. Da kann vielleicht nichts drauf kommen. Schöne Grüße. Ja. Schöne Grüße, Marc. Sein Sohn hört uns ja zu. Also, jetzt weiß er das auch, dass wir sein, wie schön wir sein, er ist ein schöner Mann. Ja, dein Vater ist ein schöner Mann, ja, genau. Ja. Wir könnten noch ganz andere Geschichten erzählen über deinen Vater, aber das machen wir jetzt nicht. Nee. Jetzt, Quatsch. Jetzt hier, ist doch mal die Frage, sagt der DJ Kote dann auch, fragst du wegen Kess oder was? Ist das das Problem? Und, nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich die verlieren könnte. Ich hoffe es nicht und so. Aber ich habe diese Gefühle, ich kann sie nicht abstellen und dann sagt der DJ Kote auch wieder sowas wie, weiß ich nicht, die Liebe ist es wert, da kann man alles für riskieren und das, was einem die Liebe, die Liebe ist die größte Kraft, die alles, die alles andere schafft, haben Leibach schon gesungen und das hier ist jetzt, also, ja, das sagt der Edge Kote jetzt, jetzt macht ihr mal, komm, das wird schon alles. Ja. Kannst auch mal ins Risiko gehen. Jetzt treffen sie Baxter. Oh, geil, hier, und, was machst du denn hier? Ja, ich habe keinen anderen gesehen, die sind alle in der, jetzt versucht die Folge so ein bisschen zu erklären, dass man nur den Baxter sieht und keine anderen Nebencharaktere, der sagt, ja, irgendwie sind die alle in der Kombüse gelandet und bewegen sich von da nicht mehr weg. Ach so, ja, dann sagt, das ist doch sinnvoll, da ist Essen wenigstens, wenn du wohin gehst, weißt du ja nicht, ob du einen Replikator findest. Aber Simon, wenn du aus der Lage raus willst, würde es doch helfen, wenn man mal so ein bisschen sucht und jeder versucht mal, weißt du, die bilden vier Trupps, um zur Brücke zu kommen, aber Fred sagt hier zum Baxter, da, ah ja, geht alle in die Kombüse und bleibt da, weil alles andere würde das Budget der Episode sprengen, oder was? Einige müssten sie sagen, alle marschieren jetzt los und irgendwer wird doch mal das Glück haben, da oben anzukommen und was zu machen. Das wäre, das wäre der, das wäre der Punkt, ja, ja. Aber nee, Geld und so und Chakotia hat auch keinen Bock auf die alle und deswegen, da gehen wir die so mal in die Kombüse gehen. Aber hier dachte ich auch schon wieder, ja, jetzt findet der Baxter den Frachtraum nicht, ich weiß es doch. Und dann kommt zum Glück, zum Glück auch mal der Tuvok endlich hier vorbei. Ja, was machst du denn hier? Ja, ich bin gerade, ich habe euch gesucht, weil hat sich niemand gemeldet. Ich finde niemanden nämlich und ich wollte dann irgendwie zurückgehen zur Brücke, aber jetzt bin ich hier. Also steck auch, sitz auch in der Tinte. Ja, dann nimm es doch mit zurück zur Brücke. Ja, glaube ich nicht, dass das so einfach geht. Wir wollen alle runter von Deck 6. Ach so, Deck 6, ich dachte, ich wäre auf Deck 3. Also, ja, man schienet jetzt ganz schön Zeit. Schön ist, dass wir während der Tuvok mal von der Anomalie da berichtet, dass wir sehen, wie Nelix im Hintergrund verlustig geht. Und dann ist er auch weg aus der Folge erstmal, ne? Der geht so kurz um die Ecke und dann so, okay, weiter, Nelix, kommst du? Nelix! 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 Und dann gehen sie und er ist einfach weg. Und an der Stelle müssen wir jetzt auch mal kurz über Nelix sprechen, Simon. Und über den Chef Michael Piller. Der sagte nämlich folgendes, nach Twisted fing ich an, mir schreckliche Sorgen um Nelix zu machen. Ich hatte Angst, dass wir den Charakter zerstören würden, wenn wir ihn zum Schiffstrottel machen würden. Wenn Nelix nur Comic Relief darstellt, sind wir in Schwierigkeiten. Die Eifersüchteleien rund um Cass wurden langsam ärgerlich, also wollte ich, dass wir uns zügig davon verabschieden. Ich weiß gar nicht, ob ich so sehr bei Michael Piller bin, Simon. Ich finde nämlich, Nelix ist gar nicht so sehr der Trottel. Der ist einfach ein sperriges und disruptives Element. Ja. Aber ich hätte jetzt nicht gesagt, der verkommt gerade der Charakter. Das nicht, nee. Das finde ich auch nicht. Ah. Und im Endeffekt mit den Eifersüchteleien, er geht ja auch einen Schritt nach vorne hier. Aber dass das nicht von heute auf morgen aufhört, das finde ich ja sogar realistisch, dass er nicht sofort dann in Linie geht. Also ich sehe es auch nicht so streng wie der Herr Piller hier. Mr. Piller. Mr. Piller. Trotzdem, Simon, geht es ja über Nacht zu Ende mit den Eifersüchteleien. Denn, Spoiler Alert, das ist die nächste Voyager-Folge, die wir in zwei Wochen besprechen werden. Da wird das Problem gelöst, in Anführungszeichen. Und zwar nur eine Woche später, wie du schon sagst, in Produktionsreihenfolge und in unserer damaligen VHS-Realität verging allerdings deutlich mehr Zeit zwischen Twisted und der nächsten Folge Part-Turition. Da liegen vier Folgen und die gesamte Sommerpause. Bis Nielix sich da entblödet, wie viel er sagen würde. Ja. Währenddessen in der Jeffreys-Röhre der Kim und der Janeway klettern da durch. Ah, wo ist denn das hier? Wo ist denn das hier? Ah, guck mal. Wir kriegen diese Luke nicht offen. Aber zum Glück gibt es ja erst mal eine wunderbare Zuwendung an den Harry. Denn die Janeway, die überkommt es, so dass sie dann mal sagt, hör mal, du bist wirklich so ein Lichtblick in dieser Mission. Du hast alles, also du bist ein wunderbarer Offizier, du hast alles übertroffen. Ah, toll. Das ist doch klasse. Ja, finde ich auch gut. Bisschen Lob hier auch mal, ne? Vielleicht die Situation ist irgendwie komisch, aber so eine Jeffreys-Röhre ist ja auch ein intimer Moment. Ja, man ist sehr nah beieinander und da kann man auch mal gerne solche Sachen sagen. Ist doch schön. Ja. Dann macht man aber diese Verbindungstür da auf, zunächst in Jeffreys-Röhre, manuell mit so einem Magnetpin. Und dann sieht man die Janeway, wie die da reinguckt, Close-Up auf Janeway und sie macht Ah, 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 ah. Entschuldigung. Und das dauert ewig irgendwie, gefühlt, diese Einstellung auf Janeway. Und ich sage, jetzt zeig doch mal, was da ist. Und dann sieht man auch die POV von Catherine Janeway. Und dann sieht man, wie so die Jeffreys-Röhre, die dahinter weitergeht, so verzerrt wird, ja, und so wabbert und langgezogen wird und ihre Hand oder ihr rechter Arm vielmehr hängt da so drin und wird auch langgezogen. Und sie so, ich kriege meinen Arm hier nicht mehr raus. Und da muss ich auch lachen, weil das hatte für mich auch einen gewissen Trash-Faktor. Ja, das war schon geil trashig. Frühes CGI. Und ja, es ist immer noch für Fernsehen frühes CGI. Im Fernsehen wurde CGI noch nicht so lange eingesetzt. Zu diesem Zeitpunkt. Da sehen wir jetzt das, was ich mir eigentlich für das ganze Schiff die ganze Zeit über gewünscht hätte. Aber es scheint zwei Eskalationsstufen zu geben. Das verrückte Labyrinth und das, was wir jetzt hier sehen. Groteske Verzerrung. Der Harry schafft es, sie da rauszuziehen. Irgendwann klappt das endlich und dann macht er den Laden wieder dicht. Und Jane will, oh, das war gar nicht angenehm, sagt sie. Aber ich glaube, ich bin wieder okay. Und da wird mal so ein bisschen auch gescannt. Und tatsächlich, auf der anderen Seite nimmt man eine so strukturelle Veränderung wahr, Raumfluktuationen und sagt auch dieses Phänomen da draußen. Phänomen, Phänomen, Phänomen. Ist im Schiff. Das ist hier drin. Hier haben wir es jetzt mal live gesehen, was da passiert. Das faltet irgendwie das ganze Schiff zusammen. Und jetzt müssen wir erst mal mit den anderen uns noch mal treffen und uns überlegen, wie wir damit umgehen. Problem ist aber, die Jane Ray kriegt Kopfweh und Augenweh und irgendwas hat diese, dieser körperliche Kontakt mit dieser Fetzerung mit ihr angestellt. Also ab ins Holodeck. Auf dem Holodeck, da ist ja immer noch der Doktor. Der ist immer noch nicht weg. Da kommt irgendwie nicht zurück. Wird jetzt auch zum Pool spielen, soll er überredet werden. Dann steht hier die, 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 die. Sandrine. Sandrine wieder da. Und dann kommt wieder auch so eine Szene, Sebastian, wo das ist dann so overacted und so lustig sein. Ich habe die Hände eines Chirurgen. Ich spiele kein Billard. Ich putze hier nicht. Ja, weil sie will ihm also Besen in die Hand drücken, dass er mal endlich was macht. Findet einen neuen Barkeeper. Und da zuckte es noch nicht mal in meinen Mundwinkeln. Das ist schon wirklich schlimm. Das ist so auf diesem Niveau, wenn man so einen Film sieht, wo ein Filmregisseur gezeigt wird, der dann so wettert. So kann ich nicht arbeiten. Oder sowas, ja. Das ist so dieses Humorniveau, wo ich so denke, oh, tausendmal gesehen. Das geht auch in Gut, in 00 Steiner beispielsweise. Weiter, weiter. Ja, das kann man auch lustig machen. Aber hier ist es nicht gut. Ja, also diese Nerv-Szenen, die Dichte nimmt jetzt schon zu, finde ich. Ja, ja. Cass macht sich jetzt Sorgen um Neelix. Und dann wird es interessant, weil nämlich die Janeway reingetragen wird. Die kann schon nicht mehr alleine laufen. Die wird reingetragen von einem Harry. Sie ist ohnmächtig, ne? Ja. Sie ist irgendwie nicht ansprechbar. Er sagt, die wird mal wieder wach, aber meistens ist sie ohnmächtig. Wird dann da auf der Couch verfrachtet. Ja, jetzt, Sebastian, müssen Tuvok und Chakotay miteinander reden. Also wie gehen wir das Ganze an? Was machen wir hier? Und der Tuvok als Vulkaner kommt natürlich wieder aus dieser Logik-Ecke. Der sagt, na ja, wir müssen irgendwie ein logisches Muster finden. Wie sich das hier verändert und wenn wir das wissen, dann können wir natürlich auch genau dahin gehen, wo wir hinwollen. Und Chakotay sagt, ja, aber das muss doch nicht logisch sein. Das ist doch vielleicht total chaotisch. Der Tuvok hat nämlich Wolfenstein gespielt und weiß, immer rechts gehen. Dann verläufst du dich nicht. Es sei denn, es gibt irgendwie einen zentralen Raum in der Mitte, der losgelöst ist von allem anderen. Dann läufst du da nie rein, wenn du immer nur rechts gehst. Vielleicht hat er es nicht so weit. Aber egal. Chakotay sagt das Quatsch mit dem Rechtsgehen immer, weil es verändert sich ja eh. Also es ist doch total sinnvoll, wenn wir das nicht so machen, sondern wir trennen uns einfach. Also wir bei, du gehst in die Richtung, ich in die Richtung und dann haben wir doch eine viel größere Chance. Und auch hier habe ich das Gefühl, das haben wir doch auch schon mal jetzt gehabt mit diesen Gruppen, die sich aufgeteilt haben. Und Tuvok ist so ein bisschen pisst, dass der Chakotay das wegbügelt und sagt dann, as you wish, Commander. Okay, wie sie wünschen. Ja, so ein bisschen hier liegt etwas in der Luft, was auch später nochmal angesprochen wird. Hä, dieser scheiß Marquis, der hier hingekommen ist und ich war eigentlich der höchstrangige und jetzt wurde der zum ersten Offizier befördert. Stinkt mir eigentlich. Mir Tuvok. Er macht das aber dann und der Chakotay marschiert los, geht um die Ecke und da kommt auch schon der Tuvok um die andere Ecke und dann treffen sie sich wieder und dann siehst du, das verändert sich hier halt immer. Das ist halt einfach, wir können das nicht antizipieren. Kommt der Chakotay um die Ecke, ist der Tuvok weg. Kommt der Tuvok an der Ecke, ist der Chakotay weg. Kommen beide an die Ecke, ist die Ecke weg. So sieht es nämlich aus. Weißt du, wo die Ecke immer für mich war? Wo? Also die Ecke, um die es da geht? Für mich war die an der Clou so unten. Nee, für mich war die oben an der Reckenstraße, wo Engelhardt ist. Ah, ja. Breslauer Straße, Reckenstraße, das war für mich die Ecke. Auch eine wunderbare Ecke eigentlich für so einen Witz, ja. Aber ist gar nicht so weit weg von meiner Ecke, Simon. Nee, lustig, ne? Ja. Hm. Okay, lassen wir das. Ja, das könnte noch zu was führen, wenn wir es vertiefen würden. Machen wir, wenn nicht. Jetzt auf dem Maschinendeck wird weitergearbeitet. Paris und Belana. Ja, schön, dass alle was zu tun haben, ne? Also Paris und Belana, die wollen jetzt zur Brücke beamen. Man hat da Scanners gemacht und sich überlegt, wie das irgendwie funktioniert. Koordinaten eingegeben. Und dann beamen sie los und materialisieren direkt in eine Kneipe, wo hier gerade der Otto K. Ja, hier gerade anstoßen will. Und dann stehen die beiden da oben, der Tommy, und stehen da oben auf dem Billardtisch. Kannst du mal da weggehen, sagt er auch. Ach so, ja. Aber du sagst es ganz richtig, Simon. Alle haben was zu tun in dieser Folge. Und zwar auch alle irgendwie haben gleichmäßig was zu tun. Und das ist für mich nochmal ein Zeichen dafür, dass das eigentlich die vorletzte Folge der Staffel sein sollte. Ja. Bevor wir mit den 37ern da loslegen, machen wir, weißt du, da haben wir erstmal noch eine Doktor-Folge, dann haben wir noch eine Kes-Folge und dann machen wir nochmal vor dem großen Finale eine Folge für alle. So ist es. Und ganz egal, ob die jetzt gut oder schlecht ist, fühle ich das Vorhaben als solches gut. Das ist gut. Und das werfe ich der Folge auch nicht vor. Das ist cool. Also man landet wieder da, wo man irgendwie immer landet. Ich habe mir doch schon überlegt, ist das vielleicht die Brücke? Und der Doktor hatte recht. Und die haben alle Halluzinationen und sind eigentlich auf der Brücke. Was auch natürlich ein lustiges Reveal wäre. Ja. Neelix allerdings ist nicht da. Neelix ist fort. Und Bill Hanna sagt dann auch empathisch, die Kes muss sich zu Tode ängstigen. Und der Rest der Crew, ja, die sind woanders und finden den Weg nicht raus, sagt Tuvok. Ach so, was machen wir denn dann? Und da habe ich gedacht, das ist ja schon echt krass, wie wenig Sorgen nimmt man sich um das Wohlbefinden dieser 130 Leute macht, mit dem man da unterwegs ist, ne? Das ist ein so Nebensatz. Ach so, ja. So alle am Futtern in der Kombüse, denke ich. Ja, aber wenn da die Raumverzerrung da ja jetzt schon so ankommt, wie der Kim und die Jamie das gesehen haben, dann könnte es ja auch sein, dass das, was hier unten ankam, zum Glück nicht mehr lange gelebt hat. Ja? Aber das wissen wir ja alle nicht. Das wissen wir nicht, nee. Ist aber egal, weil wir sind jetzt bei den Helden hier und um die geht's. Wie können wir denn rausfinden, wie das Schiff überhaupt aktuell aussieht? Wo wir denn überhaupt sind und wie sich das Muster verändert? Na ja, wir haben doch die Tricorder und die können doch Daten sammeln und wenn wir das in den Computer einspeisen, Sebastian, diese Daten einspeisen, dann kann der das entsprechend doch in eine Karte übersetzen. Ja, und worauf wartet ihr noch, sagt auch Chokotay wortwörtlich hier an dieser Stelle, was ein guter Satz ist, könnte man öfter sagen in Star Trek, auch in dieser Folge. Und dann sehen wir schon in der nächsten Einstellung ja eben so eine verdrehte Voyager, ne? So eine Funhouse-Mirror-Voyager. Sieht so, als wäre es auseinandergezogen, wie damals dieses eine Grafikprogramm, Sebastian, wo man GIF-Warp Bilder reinladen konnte, ein GIF-Warp und dann konntest du die Nase irgendwie langziehen und sowas. Genauso sieht die Voyager auch aus. Und, naja, schaut mal hier die Mitte, das ist noch okay. Also da, wo wir sind, Deck 6, das sieht noch okay aus, alles andere ist nicht so gut. Und jetzt, Sebastian, rechnet der Tuvok auch aus, wie sich das weiter so entwickelt, diese, ja, Belaner nennt es Raum-Implosion, die da stattfindet. Und der sagt dann, in 68 Minuten ist das alles, das ist auch hier. Und hier, Sebastian, du sagst es, das habe ich auch stehen, was ist eigentlich mit den anderen Leuten? Also stimme ich dir zu. Die ist völlig egal. Ja, völlig egal. Stattdessen müssen wir diese fürchterliche Akkordeon-Musik jetzt zum wiederholten Male ertragen, dazu später noch etwas mehr. Aber da ist, also mir, ich bin ja generell nicht so der Fan davon, aber da ist es mir wirklich krass aufgefallen. Ich dachte, jetzt mach doch mal die Musik aus. Ja, ach, wir können es ja auch mal auspacken, wenn wir an der Stelle schon sind, ziehen wir das eben vor. Komponist Jay Chatterway sagte, nämlich, ein ganz großes Ding bei Voyager war der Akkordeon-Spieler im Bistro. Dennis McCarthy und ich absolvierten jeweils drei Akkordeon-Sessions und haben dabei diesen französischen Stil nahezu ausgeschöpft. Meine letzte Voyager-Episode in Staffel 1 spricht er freudlos weiter, enthielt zwölf Minuten Akkordeon-Musik. Die waren bestimmt auch total verzweifelt, ja, und ich kann das, oh, Alter, wie können wir das irgendwie interessant machen, aber, ja. Panflöte oder Akkordeon, Simon? Panflöte, ganz, also finde ich, wesentlich schlimmer. Ja. Akkordeon kann cool sein, aber nicht, wenn du nur ständig in diesem einen und demselben Bistro-Stil spielst, aber Akkordeon ist ein grundsätzlich sehr cooles Instrument, finde ich. Jetzt spekuliert mal der Tuvok, es könnte ja eine höhere Intelligenz hinter diesem Phänomen umgenommen sein und was könnten wir denn dann da machen? Belana sagt auch, da macht ihr euch ja jetzt reichlich spät Gedanken drum, ne, jetzt geht's nur noch darum, das aufzuhalten, weil die Uhr tickt. Und jetzt werden die auch alle immer aggressiver. Die Stimmung kippt so ein bisschen und Belana ist ja ein vorderster Front, ne, also was soll das hier, wir müssen das Ganze aufhalten und es gibt doch irgendwie zwei Möglichkeiten, entweder müssen wir da hier rauskommen aus diesem ganzen Ding oder wir müssen das irgendwie zurückdrehen, sagt Chakotay. Eine Implosion in der Explosion müssen wir machen. Das ist so die Idee von Belana jetzt, ne, also irgendwie mit, so und jetzt musst du mir helfen, Sebastian, irgendwie mit einem Partikelschauer, den man da einstellt, indem man den Warp-Reaktor überlädt und dann gibt's eine Kettenreaktion und dann ist das irgendwie wieder gut. Du machst das viel zu kompliziert, Simon. Im Prinzip sagt sie, wir müssen in den Maschinenraum gehen und beim Warp-Kern auf so einen Knopf drücken, damit's Hui sagt und dann ist das nicht mehr. Und dann sagt der Tuvok, ja, mir wäre ja rausfliegen lieber. Und dann heißt es aber, aber du kannst nicht überhaupt kein Hui machen und gleichzeitig rausfliegen, weil dann wird der Typ, der versucht rauszufliegen, eine Konsole gebraten. Also entweder machen wir das eine oder das andere. Und jetzt spricht der Chakotay ein Machtwort pro Belana. Belana hat recht! Du nicht! Wir machen das jetzt so. Du nicht! Und da ist diese Spannung jetzt und Chakotay sagt auch, ich bin der Chef. Und da gibt's einen finsteren, unwulkanischen Blick von dem Tuvok, dass es eine wahre Freude ist. Aber ich verstehe ja auch. Ich auch, das ist ja unmöglich, ne? Ja. Also, aber das ist jetzt entschieden. Tuvoks' Plan ist abgelehnt worden. Und Belana und Paris marschieren jetzt zum Maschinendeck. Weiß ich nicht, wenn man rückwärts müssen wir irgendwie gehen, dann kommt man da wieder an. Die machen wieder das, was der Paris ganz am Anfang gemacht hat. Ja, dreimal in die Hände klatschen und alle mal singen oder so. Die gehen dem Shopkeeper hinterher, die sagen, kannst du mal zur Schwertmeisterin gehen? Und dann sagt er, oh ja, meinetwegen. Und dann mach mal die Musik, Simon. Genau so. So kommen sie dann wieder in den Maschinenraum. Unvergessen. Unvergessen. Ja. Und so kommen sie in den Maschinenraum wieder und da ist jetzt 44 Megapascal angesagt und 45 und 47 und jetzt. Ja, ist doch so, Mann. Da werden irgendwie jetzt Einheiten uns um die Ohren gehauen. Ja. Wir hören so Begriffe wie Schockimpuls und all sowas. Ja, das ist alles. Also da geht es richtig rund und dann rennt man. Hoffentlich haben die alle Bleiunterwäsche an, sonst war es das mit den Familienplanungen auf dem Voyager, du. Ich wollte gerade sagen, du. Nicht, dass das wie beim Spock damals endet. Ja. Und dann laufen sie raus, sieben, 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 noch raus hier. Und dann wird rausgelaufen und dann bam geht so ein Schock durch die Voyager. Ja, aber das Bam bringt alle nichts, Simon, denn jetzt gehen sie zurück zum Holodeck. Und die gehen noch nicht mal zurück zum Holodeck, sondern gucken erst mal wieder bei Engineering rein und anstatt durch das Bang diese Verzerrungswelle aufzuhalten, ist Engineering jetzt auch aufgefressen. Ja, ist nach hinten losgegangen. Komplett, denn jetzt kommt man nicht mehr auf den Maschinenraum. Unterdessen versucht der Jack Hotel mal mit der Janeway zu sprechen. Kann ich mit dir reden? Ja, kannst du mal versuchen, sagt der Doktor. Und dann macht er dann auch, sagt, hallo, bist du da? Und dann sagt die Janeway, Doktor oder sowas ähnliches, ja. Und ihr Problem ist, durch diese ganze Aktion ist sie aktuell nicht in der Lage, A, zu sprechen, in einer Sprache, die die anderen verstehen. Sie kann aber auch nicht verstehen, was die anderen sagen. Wir sehen dann wieder ihre Point of View und dann sieht sie so den Doktor, der mit ihr redet. Und der Doktor sieht so leicht verzerrt aus und spricht auch so gibberisch. Er sagt nämlich, und das habe ich für dich hier vorbereitet, Simon. Also er sagt blablabla her neural pathways. Quatsch, quatsch, quatsch. Rückwärts, oder? Spricht er doch. Ja, deswegen habe ich das ja auch da mal rauskopiert, weil ich habe gedacht, der spricht doch rückwärts. Also habe ich mal vorwärts diesen Teil, den er rückwärts sagt, vorwärts gedreht. Und er sagt folgendes. Was überhaupt keinen Sinn ergibt. I can't analyze her neural pathways, her neural pathways. Sagt er zweimal. Und da habe ich mir natürlich überlegt, wie sagt er denn, wie haben sie es denn auf Deutsch gelöst, Simon? War jetzt mal die nächste Frage. Da klingt der gibberisch so. Nur der ist ihre Nervenbahnen. ihre Nervenbahnen. Und auch da habe ich es wieder repariert. Vernervenbahnen, löse ihr keine Anmöglich. Leider und ihre Nervenbahnen. Das ist ja, das hat man so zusammengeschnitten, damit das irgendwie passt, ne, in die Länge. Das glaube ich auch. Aber ist dir aufgefallen, was er sagt, Simon, an einer Stelle? Nee. Ich habe das nochmal rauskopiert und auch ein bisschen verlangsamt, damit du es auch bemerkst. Er sagt ihr da draußen könnt uns bei der nächsten Show irgendwie, vielleicht wissen es einige von euch, die völlig verrückten, die alles hören von uns, die wissen da vielleicht, warum ich jetzt so lernen muss. Alle anderen können mal fragen, wenn wir mal wieder live auftreten oder so in der Live-Show. Ja. Warum ich jetzt so lachen muss? Leider. Ja. Schön, wo einen so ein Rabbit Hole hintragen kann, aber das hat mich irgendwie beschäftigt, diese Szene. Ich weiß auch nicht. Ich hatte Zeit. Viel zu lange, aber das Ergebnis zählt und großartig. Ja. Nun denn, nun denn, nun denn, was machen wir denn jetzt? Es geht ja alles jetzt noch viel schneller und jetzt könnten wir mal nochmal rausgehen und woanders hingehen? Nee, nee, hier geht keiner mehr raus, sagt der Tuvok, denn da sehen wir schon das Schlimme, ich nenne es jetzt einfach mal das Schlimme dieser Raumverzerrung, das Schlimme ist schon durch die Holodeck-Wand durchgebrochen. Es gibt keinen drin. Wir können hier nicht raus, sagt der Paris. Sehr danke. Also, ist auch Tuvoks Plan, geht nicht mehr. Ja, scheiße, was machen wir denn da? Man macht doch so ein Kraftfeld an, geht auch nicht. Geht auch nicht, alles, das ist jetzt so. Und dann sagt der Tuvok, na ja gut, ich hätte da eine Alternative. Wir machen einfach nix. Ja, wie? Nichts? Ja, bisher ist alles, was wir gemacht haben, down south gegangen, wie der Amerikaner sagt. Ja, es ist halt alles, hat alles nur noch schlimmer gemacht. Vielleicht sollten wir einfach mal nichts machen. Ja, aber dann werden wir hier zerquetscht. Genauso wie die 130 anderen Leute an Bord, die schon zerquetscht wurden und über die keiner auch nur eine Träne vergossen hat, sagt Belana. Ja, aber das wissen wir nicht, sagt der Tuvok, wissen wir noch nicht. Das ist jetzt so eine Annahme von uns, aber wir wissen es einfach nicht. Und vielleicht, bla, wenn halt alles andere nicht funktioniert, gebietet es auch die Logik, das zu machen, was Warner einmal nicht denkt, nämlich nichts zu tun. Und dann schießt die Janeway hoch, wie Count Dragula aus dem Grab. Ist doggen to be do gand in, sagt sie, was auch immer das heißt. Aber ich habe es mir extra rausgeschrieben. Ja, habt ihr das auch mal? Es ist nichts, was rückwärts Sinn ergibt. Nee, es ist interessant. Das hast du aufgenommen und dann nochmal hast du nochmal abgespielt. Ich habe die Folge schon oft genug geguckt, dass ich diesen Classic Janeway One-Liner einfach drauf habe. Tut mir leid, es ist auch, bin ich stolz drauf. Also ich finde das toll, wie einfach so eine nach oben schießt. Also auch gute Bauchmuskeln. Oder? Trainiert immer mit dem Baxter. Wahrscheinlich. Oh, 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 jetzt die auch noch. Die liegt, also wahrscheinlich geht es ja nicht gut. Mal gucken, ob die das hier überhaupt überlebt. Naja, wissen wir auch nicht. Ist delirious. Und dann gucken alle ihn an, den Entscheider. Janeway kann ja nichts machen. Chakotay. Chakotay. Wie immer man ihn auch, Fred, wie immer man ihn auch nennen möchte, jetzt ist er gefragt. Und Sebastian, Chakotay, der beantwortet das mit einem Bild. Vielleicht können wir mit diesem Bär nicht ringen. Selbst ich, sanfter Mann, nicht. Und das ist wieder so ein, der schon viele Bären gejagt hat. Chakotay, Bat-Sägeberg-Bild, was er hier wieder auspackt, das macht er wieder seinem Namen alle Ehre eigentlich. Ei, ei, ei. Belana findet das überhaupt nicht gut, diese Entscheidung, aber ihr Vertrauen in Chakotay ist groß. Und sie sagt, okay, Chakotay, dann machen wir das genauso. Und jetzt müssen wir natürlich diesen Konflikt, den es da gibt, zwischen Chakotay und Tuvok noch rasend schnell auflösen. Wobei das an der Stelle sogar ein bisschen Sinn macht, weil vielleicht war es das ja gleich. Können wir ja von ausgehen. Und der Tuvok geht zum Chakotay und sagt, hör mal, danke, dass du meinen Vorschlag hier annimmst. Ja, ich finde dich ja manchmal arrogant und so ein bisschen nervtötend, aber ich liebe dich, du magnificent son of a bitch. Und hör mal, ich weiß, dass das an dir knabbern muss, dass du nicht der erste Offizier bist, aber du warst trotzdem bis jetzt immer bis zu diesem Tag, wo du mal dein wahres Gesicht gezeigt hast, warst du immer konstruktiv und hast immer mitgemacht und so und danke auch. Ja, alles klar, sagt Tuvok, da ist schon, er drückt das natürlich wieder so vulkanisch verquast aus, ja, ja, das hat natürlich, habe ich nicht verstanden, warum ich nicht, aber alles, alles gut wieder zwischen den Beinen. Er sagt aber auch noch, was die Beförderung Chakotays zum ersten Offizier angeht, den Satz, ich habe immerhin stets die Entscheidungen von Captain Janeway respektiert und das war ja ein Stein des Anstoßes für den Schauspieler des Tuvok. Richtig, Tim Rust war mit dieser Dialogzeit überhaupt nicht einverstanden und wir erinnern uns jetzt mal an die Episode Prime Factors, zu deutsch, auch unter dem Titel bekannt, die freundlichen Weltraumfalter, da ging Tuvok Rogue und tauschte verbotenerweise die Literaturdatenbank der Voyager gegen die Abkürzungstechnologie der belgischen Aliens. Und schon damals hatte Rust große Probleme mit der Motivation seines Charakters. Warum macht er so einen Alleingang da, ja? Eben, weil er sich Janeway widersetzt hat und weil er überhaupt nicht mit dem einverstanden war, wie die damit umgehen wollte in Prime Factors und jetzt soll er sagen, dass er Captain Janeways Entscheidungen immer respektiert und in Rust Wahrnehmung zeigt eben Prime Factors das genaue Gegenteil von dieser Aussage und weil es ihm wichtig ist, dass Tuvok konsistent geschrieben wird, hat er gesagt, ich kann mir ja nicht selbst widersprechen. Und Simon, das finde ich ja schon fast, wenn man Voyager so im Ganzen betrachtet, finde ich ja schon fast süß. Das stimmt, ja. Oder? Aber doch cool, dass er halt an seinen Charakter denkt und dann sagt, so wird das gar nicht sein. Nach langen Diskussionen konnte Rust sich aber nicht durchsetzen. Also da hat es nicht funktioniert. Die haben gesagt, Tim, jetzt komm, mach das mal einfach fertig, danke für deine Meinung, aber wir wollen das so haben und da musste er seinen Text wie geschrieben aufsagen. Aber er selbst sagte, war da kein Fan von. Jetzt ist die Distortion schon am Billardtisch angekommen und der wird schon so und es gibt noch einige Charakterszenen. Ich glaube, wir fangen mit Paris und Harry an. Ja, Paris und Harry, der Paris legt dem Harry die Hand auf der Schulter. Sagt auch noch mal den fantastischen Satz, ich habe mir dieses Leben ja ausgesucht und ich wusste immer, dass es so enden würde. Da. Dann schalten wir zu Cass. Für sie muss es richtig schlimm sein, weil Nelix ja nicht da ist und der Doktor ist hier ihre Ansprechperson und er sagt, der Nelix, das ist schon ein ausgemachter Fatzke, ja. Aber der ist, wie sagt er, er ist so robust und einfallsreich, einfallsreich, der robusteste und einfallsreichste Typ, den ich je gesehen habe und wenn einer das überlebt, dann er. Und Cass schaut nicht so überzeugend, muss ich sagen, ja, aber dann gibt es so schöne Geste und wir müssen immer noch daran denken, der Doktor ist ein Hologramm und der muss sich ja erstmal diese Akzeptanz auch erarbeiten, dass man ihn als echten Charakter wahrnimmt, als lebenden Charakter nimmt er sie in den Arm. Guckt sich aber auch so verstohlen oben, so nach dem Motto, oh, was macht das jetzt für einen Eindruck auf die anderen? Also er hat auch, trotz KI hat er so eine menschliche Schwäche, die er hier zeigt. Naja, und der Chakotay, Simon, der setzt sich jetzt an einen Tisch, schließt seine Augen und die Panflöte spielt. Da hast du sie nämlich. Endlich deine Panflöte, Simon. Ja, Gott sei Dank, hätte ich ja was verpasst. Money to sei Dank. Ja. Jetzt setzt sich die Belana dazu, kann mich hier hinsetzen. Ja, was machst du da? Ja, ich kontaktiere meinen Spirit Guide, den kann ja auch zu Ende sein und ich weiß nicht, welche Reise uns hier bevorsteht. Und dann wird Belana ja auch ganz weich und sagt, ja, ich könnte das auch gebrauchen. So Guidance, Spiritual Guidance. Ja, setz dich doch mal hin, dachte du, fragst nie. Und bin es nur ich oder hat das so einen Subtext irgendwie? Das hat einen Subtext. Ich bin mir ganz sicher, das kommt auch in ein paar Folgen nochmal, Simon, ich bin mir ganz sicher, dass sie anfangs noch dachten, dass Chakotay und Belana das Ding werden. Ja, ich dachte, du fragst nie. Aber davon hat man sich dann ja verabschiedet. Ich dachte, du fragst nie. Dann halten sie auch Händchen, Simon. Ja, ja schon. Also ich habe da auch irgendwie mehr so im Raum. Ja, und jetzt gibt es Spezialeffekte Gewitter. Tuvok. Ah ja, das stimmt Tuvok noch. Tuvok sehen wir noch, Tuvok steht ja bei Janeway und hält seine Hand auch in Richtung Janeway. Er berührt sie nicht ganz. Selbst das kann ein Vulkanier im Angesicht des Todes so ein Vollblutvulkanier nicht wie der Tuvok, aber er zumindest zeigt ja diese emotionale Geste. Er erfüllt diese Verbundenheit zu Janeway und dann gibt es ja das Spezialeffekte Gewitter. Und Simon, man kann ja von dem ganzen Rumgeeiere auf den Korridoren halten, was man will. Ich finde es doch irgendwie cool, dass man hier wirklich so eine ausweglose Situation geschaffen hat, die sich auch ausweglos anfühlt. Das war es dann jetzt. Kobayashi Maru oder irgendwie sowas. Wie gehen wir damit um, wenn man nicht gewinnen kann? Natürlich konterkariert dadurch, dass wir hier immer noch bei Star Trek sind und dass wir wissen, nächste Woche kommt eine Folge. Und dann kann es ja nicht ganz so irre schlimm ausgehen, aber Simon, trotzdem, trotzdem hat mich das so in seinem Nihilismus ein bisschen angefasst. Wie ging dir das? Ja, also auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite ging es mir dann wieder nicht weit genug. Wenn du schon wirklich das overbringen willst, dass da Leute gleich sterben, es ist mir dann doch noch ein bisschen zu unklar, wie die Charaktere miteinander reden. Und ja, dann ist es natürlich wieder dieses, ich finde es ja gar nicht nihilistisch, Sebastian, weil gerade Star Trek, bis auf wenige Ausnahmen, weiß ich, das wird gut. Also, ich fand die Situation nie ausweglos. Okay. Das funktioniert irgendwie nicht mehr. Du warst voller Hoffnung. Ich war voller Hoffnung und Gewissheit sogar, dass das schon irgendwie gut werden wird. Aber jetzt, wo sich zuerst Belana und Chakotay verformen und dann Paris und Kim, das sieht ja schon irgendwie aus, Simon, mei, jai, jai. Also die, die verbiegen und verdrehen und verdingen sie sich ja, das ist ja irre. Ja. Und so langsam, aber sicher, geht dann diese Verzerrungswelle durch alle durch, wie sie da stehen. Und dann gibt es, um verstreichende Zeit zu suggerieren, gibt es eine Überblende, keinen harten Cut, sondern eine Überblende auf eine der Leuchten, die da im Sundreams hängen. Ja, und das ist jetzt so quasi die Ruhe nach dem Sturm. Also da ist jetzt so, Licht ist irgendwie ein bisschen kaputt und alles so. Und die Kamera macht so eine kleine Fahrt über das, was so alles passiert ist. Aber dann sehen wir ja direkt, oh, dass die Leute wieder wach werden und, oh, also man hat es offensichtlich überlebt. Und selbst Janeway spricht wieder Englisch und sagt, es war eine Nachricht, sie wollten mit uns kommunizieren. Sie wollten mit uns kommunizieren. Es war eine Botschaft. Und oh, oh, wir haben ja auch voll den Datendump abbekommen. 48 Millionen Terra Quadrobyte, ja, sind jetzt hier auf den Speicherbänken. Aha, und außerdem wurde auch hier gelockt, ja, in den HTTP-Locks, haben wir nachgeguckt und so, und da haben wir gesehen, die haben auch ordentlich was bei uns downgeloadet. Harry sagt noch, scheiße, hab den Browserverlauf nicht gelöscht vorher. Oh, 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 wenn das über mich rauskommt, was ich für komische Sachen mir immer angucke, ja. Ja. Vielleicht kriegt er da noch so E-Mails, wir haben nicht gefilmt. Überweis mal ein paar Bitcoin, du Vogel. Hey, Harry, deine Webcam. Ja, nee, also, das war, jetzt wird es hinten raus, auf der Brücke wird es super Star-Trackig, es war ein erster Kontakt, und genauso wie wir dachten, die Horta ist ja so böse, doch da wollte sie nur ihre Kinder retten, war das hier lediglich ein womöglich sogar gelungener Kommunikationsversuch, weil wir haben einfach mal unsere Datenbanken komplett ausgetauscht hier. So ist es. Sehr Star-Trackig, Simon. Sehr Star-Trackig, und dass wir hier alle Todesangst hatten, das konnten die natürlich nicht wissen. Weil die machen das immer so. Die machen das immer so, genau so ist es. Er wollte kommunizieren, es war intelligent. Und ja, diesen Datenaustausch gab es. Und dann geht die Tür auf, und Nelix kommt rein. Nelix, unversehrt natürlich, hat einen Kuchen noch dabei, und sagt, ey, hier bin ich, jetzt können wir weiter feiern, ist das nicht schön. Ey, wo warst denn du? Ja, ist eine lange Geschichte. Und Simon, ich würde sie gern hören. Was hat Nelix alles erlebt, ne? Was ist mit Nelix passiert? Er hat Schiffe gesehen, die vom Tannhäuser Tor, die gebrannt haben, und sowas, ja. Ich habe Dinge gesehen, die ihr nicht glauben würdet. Also weißt du, was Nelix gemacht hat? Nelix ist der Einzige, der gesagt hat, ich gucke jetzt mal nach dem Rest der Crew. Ja, das glaube ich auch. Geht's dir noch gut, und so. Moraloffizier, und all sowas. Und als Cherry on Top von Nelix Kuchen gibt's jetzt gleich noch so eine putzige Szene zwischen Cass und Nelix. Schatzi schenkt mir ein Foto, sagt sie nämlich zu ihm, warum das denn? Sie sagt, ja klar, ich packe dich jetzt in diesen Anhänger von dem Tom rein, damit ich dich immer ganz nah bei meinem Herzen habe zukünftig. ist natürlich irgendwie kitschig und alles, aber ich finde es nett geschrieben. So, also ich finde die Idee ganz cool, dass dann eben in den Anhänger von Paris da dann entsprechend der Nelix rumsitzt. Im Zwischenschnitt auf Paris wäre hier an der Stelle nicht schlecht gewesen. Der irgendwie so seinen Hut frisst oder sowas, keine Ahnung. Und dann ist Nelix ja auch, der freut sich, der über beide Ohren wie so ein Honigkuchen fährt, grinst der, Und das ist ein schönes Ende und damit ist es, hat es sich ausgetwistet. Ende 1995 wurde Twisted in einer Fan-Umfrage zur bisher schlechtesten Voyager-Folge gekürt. Auch Bob Picardo blieb bei dem, was er 1995 auf Conventions mitteilte. Im Jahr 2012 hielt er Twisted immer noch für die schlechteste Episode der Serie. Also da hat sich die Meinung nicht geändert. Und jetzt ist die Frage, Sebastian, hälst du Twisted für die schlechteste Voyager-Episode? Oder wie findest du sie generell? Ja, also die hat mich mit ihrer Weirdness und mit ihrer Raumanomalie schon zu angenehm an die zweite Staffel Next Generation erinnert, als dass ich sie wirklich richtig schlecht finden würde. So wie ich Ex Post Facto beispielsweise schlecht gefunden habe. Mit diesem Hündchen und dieser Mordfall, dieser Tatort da, oder Derrick oder was das war. Das fand ich schon echt schlimm. So schlimm fand ich das jetzt hier nicht. Fand ich Stellar? Nein, fand ich auch nicht. Gut fand ich auf der Haben-Seite, alle hatten was zu tun. Es war mitunter rätselhaft, es war sehr Star-Trackig, die Auflösung am Ende, dass das eine Kommunikation einfach nur darstellen sollte. Es war auch milde, beunruhigend, nicht wirklich schlimm, gruselig, aber es war milde, beunruhigend, was wir da gesehen haben. Auf der Soll-Seite waren teilweise echt nichtige Szenen, dass man Neelix mal erklären muss, wie funktioniert eigentlich Liebe und Eifersucht. Also, als würde sich Neelix die Unterhose mit der Kneifzange anziehen, so spricht Chokotay da mit ihm. Und es gibt auch noch die ein oder andere nichtige Szene, sicherlich auch erklärt dadurch, dass die Folge erst zu kurz geraten war und man dann noch, ja, verzweifelt die aufpumpen musste, um auf die 45 Minuten, was auch immer, zu kommen. Aber wenn ich das alles so in einen Top werfe, ist das eine ziemlich durchschnittliche Angelegenheit, die wir hier gesehen haben und ich gebe den Daumen quer vertwistet. Das geht ärgerlicher, das geht aber auch besser, aber es ist eine okaye Folge, um sie um 23.55 Uhr dran zu machen. Ich kann dem gar nicht viel hinzufügen. Also, das ist bei mir so ein bisschen das Bedauern, dass sie den Gruselfaktor nicht noch ein bisschen verstärkt haben, da vielleicht noch ein bisschen weiter gemacht haben. dass es noch weirder wird, also einfach noch weirder wird und da finde ich dann so eine Szene, so eine Comedy-Szene, dass Belana die Tür aufmacht und dann steht da dieser halbnackte Ensinn. Das fand ich dann, weißt du, das geht auch besser, das geht besser. Ansonsten alles, was du gesagt hast, also bei weitem nicht die schlechteste Voyager-Episode. Ich glaube, wir haben auch schon Voyager-Folgen besprochen, die ich schlechter fand und wir werden garantiert noch Voyager-Folgen besprechen, die ich viel schlechter finde und im Übrigen auch Deep Space Nine-Folgen. Deswegen sehe ich das genauso wie du und gebe auch den Daumen quer. Mehr Potenzial, zu langwierig, aber im Großen und Ganzen auch unterhaltsam. Also kann man sich angucken, die Folge, ohne jetzt richtig böse zu werden am Ende und zu sagen, ich sehe, schlecht, Daumen quer, auch von mir. Daumen quer von Simon. Jetzt interessiert uns natürlich, was ihr sagt, weil Voyager ist ja, wie wir festgestellt haben, die umstrittenste der Serien, die wir bisher behandelt haben. Wenn ihr das, was wir gemacht haben, nicht umstritten, sondern wunderbar findet und ihr dieses Projekt am Kacken halten möchtet, dann könnt ihr gerne auf trackermdienstag.de slash unterstützen gehen und da seht ihr, wie ihr unsere Arbeit und das war in der letzten Woche mal wieder ein bisschen sehr viel mehr Arbeit als gewohnt, wie ihr unsere Arbeit auch entlohnen könnt. Da freuen wir uns sehr drüber und danken allen von euch da draußen, die ihr das schon tut. So und Simon, irgendwie bin ich auch froh, das ist jetzt nochmal ein PS zu meinem Fazit, irgendwie bin ich froh, dass wir diese Woche zwischen The Way of the Warrior und dem, was nächste Woche kommt, einfach mal twisted eingeschoben haben. Weil man muss irgendwie sowas zwischen solche Folgen packen, oder? Richtig, denn nächste Woche kommt ein Brett, das kann ich jetzt schon versprechen. Es geht um die Deep Space Nine Folge, die zweite Folge der vierten Staffel, The Visitor. Der Besuch, das ist eine der großen Deep Space Nine Folgen und für viele eine der großen Deep Space Nine Folgen. Mal sehen, ob es auch bei uns noch so ist. Ja, wir, bin ich sehr gespannt auf das Gespräch mit dir und das könnt ihr erfahren, wenn ihr nächste Woche Dienstag oder ab nächster Woche Dienstag hier wieder einschaltet bei Trek am Dienstag, trekamdienstag.de und überall, wo es Podcasts gibt, da sind wir auch zu finden. Vorher aber gehen wir ins Kino, denn am Freitag läuft in der Zauberlaterne der tschechische Science-Fiction-Klassiker Reise in die Uhrzeit. Und da freue ich mich sehr drauf, den mit dir zu besprechen. Ich habe ihn gestern Abend einfach mal in einer Arbeitspause mir angeguckt, was mir auch dann wieder irgendwie Arbeit war, weil es ja Recherche darstellte. Aber Simon, ich drückte dann hinterher auf Stopp und habe gedacht, ach, was freue ich mich drauf, dass ich nächste Woche den mit dir zu besprechen habe, die Reise in die Uhrzeit. So ist es. Legt vorne eine Karel Gottplatte auf und so, um in Stimmung zu kommen und dann geht es um. Jetzt aber ab ins Bett hier nicht und bis zum nächsten Mal. Danke, Sebastian. Es war schön und bleibt geschmeidig da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gute Nacht. Eine Galaktisch Absorger 2024 Produktion.